Hallo Hallöchen und ein herzliches Willkommen an alle die schon da sind. Hier in meinem Stream. Willkommen, willkommen, willkommen. Ich hoffe es geht euch allen gut. Bei mir merke ich auf jeden Fall einen Aufwärtstrend, auch wenn der Husten sich noch hartnäckig hält. Aber bei den anderen sehe ich es ja nicht anders. Gut, dann begrüße ich mal alle. Hallöchen Hashi und King, die schon vor einer Stunde da waren. Ein bisschen zu früh, aber jetzt bin ich ja da. Und Hallöchen auch Tobi, Miwau, bin wieder im Lurk. Das ging aber schnell. Das ging irgendwie sehr flott. Aber danke fürs Lurken und fürs Vorbeischauen. Ja, uff, uff. Ich hoffe bei euch ist alles klar. Konntest ja kaum erwarten weiterzuspielen mit der Story, aber ich habe brav gewartet. Und habe mich mit anderen Dingen abgelenkt. Nein, ich habe auch so genug andere Sachen gemacht. Vorgestern haben wir Genshin gemacht. Das muss auch gemacht werden, weil da die Events ablaufen. Und Pinaconi läuft uns nicht ganz so schnell weg. Aber heute geht es weiter. Yes, mit der Story. Ich freue mich schon sehr drauf. Hehehehe. Ja, ich habe schon so vieles gehört von der Story. Von mega enttäuschend bis mega super war, glaube ich, alles mit dabei. Und das macht das Ganze interessant. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass alle über die Charaktere meckern. Über die meisten, über die meisten, über die meisten. Nicht über alle, aber über viele Charaktere. Dass die Story anscheinend so jeden beeinflusst, dass selbst Poolpläne komplett über den Haufen geworfen werden oder so. beeinflussen halt. Sehr, sehr spannend. Na, wir werden sehen, was kommt. Ich lasse das alles auf mich zukommen, würde ich sagen. Ganz, ganz spannend. Ja, das letzte Mal haben wir ja angefangen, uns generell 2.0 anzuschauen. Und bei der Story sind wir nicht so weit gekommen. Aber ein bisschen. Und, ja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. So. So, ganz gut. Okay. Okay, ich schiebe mich in die Ecke. Dann werden wir nachher gleich loslegen. Ich habe auf jeden Fall, auf jeden Fall ein paar Überraschungen noch da. Ich habe was Neues gemacht gestern noch. Kuru, kuru. Neue, neue Sounddinger gemacht. Und die Ratio-Sounddinger habe ich jetzt auch in laut. Sollte hoffentlich von der, von der Lautstärke her viel besser passen als vorher. Ja. Bin gespannt. Kann sie auf jeden Fall jetzt immer benutzen. Hihihihi. Muss nur noch einmal neu kalibrieren. Fühlt irgendwie. Okay. Probieren wir es mal so. Wenn nicht, wir werden sehen. Tada. Ja, ansonsten. Und was habe ich ansonsten in Starry gemacht? Ja, gestern habe ich Eurofiction fertig gemacht. Gott sei Dank alles geschafft. Ich glaube, ich habe sogar 66.000 Punkte geschafft. Ich habe die erste Stage, habe ich manuell gespielt tatsächlich. Und dann war ich schon relativ weit über den 30 drüber. Habe dann das zweite einfach laufen lassen. Und einfach beim ersten Mal, nachdem ich 60.000 Punkte hatte. Sieht man das irgendwo. Ja, 66.762 habe ich geschafft. Yay. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Ruhe, bevor das nächste Memory of Chaos anfängt. Memory of Chaos finde ich immer ein bisschen schwerer als Pure Fiction. Aber ja, wir werden sehen. Und einen Durchgang. Oh, den Gears habe ich gemacht. Ich habe jetzt Stufe 4 mal gemacht. Ja. Ich kämpfe mich langsam vor bei den Simulated Universe Dingern. Ich mache meistens einmal in der Woche so ein extra Simulated Universe. Jetzt zur Zeit, damit ich da mal weiterkomme. Alles klar, Heschi? Und danke, King, für deine fünf Stream-Serie. Willkommen, willkommen, sozusagen. Nein, danke dir. Danke, danke, danke. Yes. Ja. Gut, wir sind ja das letzte Mal gerade erst in Peterconi angekommen und wollten einchecken, als es hieß, der Traveller ist nicht eingeladen. Und dann haben sie so ein bisschen mit Aventurin und Sunday im Hintergrund geregelt. Jetzt anscheinend doch mit aufs Zimmer dürfen, Haltstadt, dann, der zurückgeblieben ist. Warum auch immer. Nein, der soll mitkommen. Und ja, eigentlich haben wir jetzt auf dem Weg. In unser Zimmer und sind irgendwie, zwischendurch hat Himiko uns aufgeklärt. Was mehr dahinter steckt, als nur eine Einladung zu einem Festival. Ich bin schon sehr gespannt, was das wirklich zu bedeuten hat. Weil anscheinend sind irgendwelche Trailblazer oder, weiß ich nicht, verwandte Nachfolger von den Trailblazern, die früher mal mitgereist sind, irgendwie auf Pinaconi. Wir werden sehen. Tatratata, eine Geheimnachricht sozusagen, war das damals. So. Zack. Gut. Ich hoffe, ihr habt euch alle etwas zu trinken geholt. Snacks, Popcorn, keine Ahnung was. Es geht jetzt auf jeden Fall weiter mit der Story. Das war, glaube ich, alles, was ich sagen wollte. Ich muss auch hier noch ein bisschen kleiner. Zack. Zack. Schauen wir mal, ob mein Bild eh passt. Nicht, dass ich auch plötzlich wieder so komische Kästchen habe, aber ich glaube, es ist alles in Ordnung. Ja. Ich blieb technisch alles in Ordnung von meiner Seite aus. Das ist mir ja furchtbar. Und gestern bei Evo auch. Keine Ahnung, was mit OBS zurzeit los ist. Aber wir scheinen anscheinend die einzigen Menschen zu sein, weil ich habe nichts darüber finden können im Internet. Keine Hilfe, nichts. Naja. Gut. Man tut, was man kann. So. Gut. Wir müssen wieder nach oben. Können wir einfach zu Fuß gehen? Oder wir können uns auch hoch teleportieren, gell? Da, 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 da. Die meisten haben ja inzwischen die Story schon fertig und alles fertig eingesammelt. Ich lasse mir damit Zeit. Wir haben ja nicht so viel Stress, Gott sei Dank. Die Events gehen alle bis zum Schluss. Fast. Also ist da kein Stress. Aber wenn wir heute natürlich was, was weiter schaffen, das wäre natürlich schön. So. Mit Welt haben wir schon gesprochen. Mit Himeko haben wir schon gesprochen. Wir müssen eigentlich nur noch March finden, oder? Return to your room and prepare to enter the dream. Ich bin schon gespannt, wie das dann ist, wenn wir das ja erstmal in der Traumwelt sind. Welt, hast du noch was zu sagen? Das haben wir schon alles besprochen, wenn ich mich recht erinnere, oder? Ich bin ziemlich sicher, das haben wir schon gemacht. Ja. Genau, dann kann ich mich noch erinnern. Das war genau das letzte, was wir gemacht haben. Mit Himeko haben wir gesprochen. Aber es ist irgendwie nicht ausgegangen, deswegen machen wir das jetzt einfach nochmal. Wo jeder erzählt, welche Träume er haben möchte. Und was möchtet ihr für Träume haben, wenn man sich Träume aussuchen dürfte? Das ist schon spannend. Die müssen wir nur noch March finden. Die müssen die. Sie haben mit mir dann runtergekommen, oder? Gute Frage, nix. Max, der Lonely Pianist. Der Arme. Gut. Mit der Crew. Wir sollen da drüben lang gehen, das heißt, wir gehen auf die Richtung. Und wir finden gleich noch eine Schatzkiste. Der Blumenstrauß ist toll. Ah! Ich wollte mir die Blumen anschauen. Schau euch die Hortensien an. Ich muss gerade an die blauen Blumen gestern denken. Aber die Blumen waren blau. Niemals! Nicht so natürlich waren die blau. Als wir Spectator gespielt haben. Ah, wir waren gut gestern. Spectator. Die Design ist schon toll. Elevator. Oh. Was? Okay. Die Schatzkisten, die sind zwar relativ rot auf rot gut getarnt, aber mit diesem Leuchtstängel da oben drauf, finde ich, kann man die voll gut sehen. Der Blumenstrauß gefällt mir trotzdem schön. Teil gut. Ist das weiße Kirschblüten oder sowas? Rosen. Hübsch. Die Farbkombination. Okay, hier ist nix. Wir haben noch zwei Schatzkisten gefunden. Das Design gefällt mir voll gut. Ah, da ist Giovanna. Okay, da ist noch eine Kiste. Hallo Giovanna, was hast denn du zu sagen? Identity confirmed, esteemed guest. Welcome to Pinaconi, esteemed guest. Ob sie so reden? Weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Das habe ich mich das letzte Mal auch gefragt. Ich kann mir schon genau vorstellen, was da vor sich geht in den unautorisierten Träumen. Oh, oh. Aha. Recently a blue haired merchant. Das sagt schon alles. He's been selling a new type of affordable and reliable dreaming device. Das hat ein Sambo jetzt schon wieder gemacht. Hui, da bin ich wieder. Musste mal kurz was finanzielles klären. Na, wenn alles geklärt ist, dann ist ja gut. Wir kommen zurück. Viel ist noch nicht passiert. Ich habe nur drei Schatzkisten gefunden bis jetzt und habe das Interieur bewundert. Okay. Also, Quantum Shuttle und Sweet Dream Drink nicht vertrauen. Die sind nicht autorisiert. Ist das Device safe enough? Eine gute Frage. Mäh, und da wurde ich schon wieder genervt. Was? Das ist aber fies. Ich finde das Outfit toll mit dem Kleid und der Bluse da drunter. Das ist irgendwie cool. Würde ich nur mal anmerken. Okay. Okay. Also, falls mir schlecht wird, dann bitte die Dream Nurses rufen. Das könnte passieren in diesen 3D-Räumen. Nicht vom Träumen. Nur von den 3D-Räumen. Äh. Hm. Okay. Please remember that you are back in reality nach dem Aufwachen. Vielen Dank für den Tipp. So, Soundbuch. Jovanas Work Diary. Okay. Okay. Ich habe Marge gehört. Nach vorne. In dem offenen Zimmer. Wo ist Marge? Wo ist Marge? Hm. Okay. Okay. Das ist noch... Das Zimmer ist noch... Ah, warte mal. Investigate. Aha. Krass Marge. Warum sind alle so scharf auf diese Traumdinger? Ich finde das immer noch ein bisschen sass, wollte ich nochmal anmerken. Ich meine, nachdem es jeder da macht in dem Hotel anscheinend, ist das voll normal. Aber irgendwie finde ich das trotzdem seltsam. Ganz ehrlich bin. So, die 250 Euro, die letzten Monat gefehlt haben, sind heute angekommen. Yay. Und jetzt muss die Katze wieder verwöhnt werden. Und deswegen werde ich immer genervt. Von der Katze? Das kenne ich irgendwoher. Wenn dann plötzlich von der Seite die Katze kommt. Miau. Miau. Ich will was haben. Eigentlich nur Aufmerksamkeit. Aber miau. Genau das. Hallöchen Richards. Willkommen. Hallo, hallo. Alles klar bei dir? Why are you thinking of going? Shopping paradise? Okay, sie will einen Shopping Traum haben. Das war so klar von ihr. Oha. About Robin. Aber woher wissen sie, wie Robin normal klingt? Das erste Mal jetzt erst gesehen. Bei mir ist alles klar. Super perfekt. Das höre ich gern. About the event. Okay. Nicht schon wieder Detektivfälle für Marge. Das war bei Luachas Quest schon wild, was sie da zusammen gereimt hat. Warum habe ich das Gefühl, dass alles davon vorkommen wird? Family Feuds, Tragic Losses, Worlds Torn Apart, Spim-Bionage, Situations, Rivers Running Red with Blood. Wird wahrscheinlich alles vorkommen. March Foreshadowing ist gefährlich. You've got quite the active imagination. That sounds scary. I too want to see a river of blood. Nein. Oh mein Gott, wenn sie das schon so sagt. That's enough chitchat for now. Okay. Gut. Haben wir auch mit March geredet. Aber was ist das? Warum wartet der auf mich in meinem Zimmer? Okay, sonst ist hier nichts. Ist das noch für ein Aufzug? Ja, das ist mein Zimmer. Das ist mein Zimmer. Wahrscheinlich auf Dr. Ratio gewartet. Er wusste, dass ich mit ihm herumlaufe. Ist das dein Zimmer? Wir treffen uns wieder, Freund. Hm? Hm? Habe ich irgendwas erwähnt? Nö. Teilen wir uns ein Zimmer? Okay. Das sein muss. Die sind eh viel zu groß, die Zimmer, wenn ich ganz ehrlich bin. Eigentlich könnten alle zusammen auch sich eins teilen. Aber dann müssten sie sich auch die Badewanne teilen. Ich glaube, das geht wahrscheinlich nicht. Dann sollen wir auch auf Freund machen. Oh. Oh Gott. Aber sie haben zwischendurch sauber gemacht. Die Frage ist, was ist mit dem Zimmer, was eigentlich für Dan Heng bestimmt gewesen wäre. Steht das jetzt leer? Na ja, mit dem Upgrade. You are the one who transferred it to me. Eine gute Frage. Er hat mir das angeboten. You are the one who arranged the check in. Well, it doesn't matter. You need to leave. Also, was jetzt? Keine Ahnung, wie viel kostet denn so ein Zimmer? Ich habe auf jeden Fall nicht mehr viele Credits, muss ich gestehen. Wir sind alle für härter draufgegangen. Ja. Hm. Gut. Hallöchen Hendrik, moinzen. Willkommen, willkommen. Wie geht's dir? Alles klar? Der Grinser. Hm. Müde, aber sonst ganz gut. Und selbst, danke. Müde bin ich nicht so. Noch immer ein bisschen erkältet, aber es ist Gott sei Dank schon am besser werden. Nicht mehr so platt wie die letzten Tage, Gott sei Dank. Ich habe heute schon einiges wieder im Haushalt erledigen können, ohne zusammenzubrechen. Nein, alles gut, alles gut. What do you want to talk about? You should go talk to Himiko or Welt. Ich glaube, er hat es auf den Stellaron abgesehen? Nein, keine Ahnung. Der Grinser, ich kriege... Hahaha. Hahaha. Mhm. Hm. Hm. Okay. Erst mit mir gutstellen und jetzt soll ich ihm helfen, was zurückzuklauen oder was? Hm. Hm. Obwohl ich glaube, es ist immer praktisch, die IPC auf seiner Seite zu haben, als sie gegen sich zu haben. Wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn man sich mit denen komplett verscherzt, ist man echt blöd dran. Da habe ich das Gefühl, ich werde die ganze Zeit hypnotisiert. Okay. Welche Power meint der denn? Seikakuchan? Das ist aber ein lustiger Spitzname. How did you know? I don't know what you're talking about. Ich glaube, es bringt nichts, irgendwas zu leugnen. I'm warning you. You need to leave now. Was springt für mich dabei heraus? Ich kann bisher niemanden von der IFK wirklich leiden. Findet ihr die so eingebildet? Ja. Meine Topaz haben sie in der Geschichte noch so ein bisschen umgeschrieben. Oder die hatte ihren Charakterwandel während der Geschichte. Ein bisschen zu schnell. Deswegen war es ein bisschen seltsam. Ja. Im Grunde sind alle Charaktere ein bisschen seltsam und haben ihre Geheimnisse und nutzen uns aus. Für was auch immer. Das wissen wir größtenteils nicht. Aber ich finde das gerade spannend. Dass nicht alle gleich so trailblazer sind. Das gefällt mir viel besser. Ich sehe nur die Schatzkiste da hinten leuchten. Das ist alles, was ich gerade sehe. Natürlich ist es, wenn du mit einem Schatzkiste da bist, aber es ist egal, wenn du mit mir benutzen kannst. Ich denke, dass du mit einem Schatzkiste da bist. Das ist auch, dass du mit einem Schatzkiste da bist. Okay. Ich bin kein Schatzkiste für die Schatzkiste. Freund, Schöck, lass mich nicht verletzen. Ja, aber alleine kann ich das nicht entscheiden. Ich weiß ja noch gar nicht, worum es geht, genau. Wenn das so unklar ist. Ja, aber das geht schon seit Anfang an so. Das Ergebnis wird immer das gleiche sein. Der Grinser. Aha, keine Hütchenspiele da. Oh oh, rechts oder links? Die Münze ist verschwunden. Stell Engi. Oh. Das Zimmer wurde definitiv überbucht. Wenn Heckeron jetzt auch noch meint, dass es ihr Zimmer sei. Sie kann auch nicht einschätzen, wenn man mal alleine sein möchte, oder? Hätten sie auch die Tür nicht offen stehen lassen sollen? Oder hatte sie einen Schlüssel auch für das Zimmer? Ist das so eingerichtet, dass wir alle aufeinandertreffen? Die Katze war aber mega. Nochmal zur Erinnerung, absolutes Spoiler-Verbot. Wer spoilert, bekommt ein Time-Low-Out oder einen Ben. Erstmal ein Time-Out. Okay. Evo sagt, es kommt auf die Schwere an. Ich habe doch gesagt, die Tür zumachen, nicht offen stehen lassen. Vielleicht könnten wir sie jetzt mal da zumachen, während wir da diskutieren. Wieso thank you? Wir hatten gerade ein interessantes Gespräch. You are? Na, wir haben uns noch vorhin gesehen. Hä? We met somewhere ja vorher im Traum. Kann sie sich noch daran erinnern an mich? Hä? Hä? Meine Reaktion. This is my room. Why haven't you left? Tschüss. Okay, bis später dann. Hä? Äh? Oh. Oh. Was hat das schon wieder mit der roten Schrift auf sich? Das ist echt spannend. Vielleicht ist es, wenn sie mit der roten Schrift redet, vielleicht ist sie da einfach freundlicher gefühlt. Weil das, was sie jetzt sagt, klingt sehr freundlich. Und vorher war sie sehr aufgebracht. Was irgendwie kontraproduktiv zu der roten Farbe steht. Hä? Ich habe das strange feeling about this. Erfolg. Oh, das ist aber nicht wirklich freundlicher. Genau, das meinte ich ja. Das steht da im Gegensatz dazu. Aber sie spricht sehr viel freundlicher. Aber sie ist trotzdem einfach dazwischen gegangen. Ich glaube, sie hat das missverstanden. I have a strange feeling about this. Okay. Kennen wir uns schon? Ich muss das. I was about to ask too. Wow, Deja vu. Perhaps in a dream. Probably not. Ja. Natürlich haben wir uns schon gesehen. Ein Traum. Deja vu. Die Szene ist auf jeden Fall eine andere. Okay. Ist das jetzt schon timeoutwürdig oder nicht? Keine Ahnung. Gott sei Dank nicht gelesen. Das ist schon gleich losgegangen. Kaum ist Evo gegangen, kaum geht es los. Ich lösche erstmal nur. Das war ja nicht storybezogen. Okay, gut. Passt. Danke. Woher kennen sie denn jetzt meinen Namen? How do you know? Do you still remember me? I'm that famous now? In der ganzen Galaxie schon verschrien wahrscheinlich. Sie hätte gesagt, sie kann sich nicht erinnern, oder? Oder nur so halbwegs. Echt? Hat er meinen Namen gesagt? Das hat sie allerdings schon mal genau so gesagt. Das hat sie allerdings schon mal genauso gesagt. You can call me whatever you want. Reiden. Okay, jetzt habe ich ein Déjà-vu. Okay. Jetzt unterbricht sie uns. Dann geht sie einfach wieder. Hm. Hallo. Mal kurz vorbeistolpern. Hallöchen. Super Toast. Willkommen. Danke fürs Vorbeischauen. Oh ja, ihr back. Is there something else? It didn't take long for a reunion. Ich hab' etwas vergessen. Okay. So ein harter Charakter. So ein cooler Auftritt. Und dann so. Ähm. Sorry. Wie komm' ich wieder zurück zur Lobby? Ich hab' mich verlaufen in dem Hotel. Willst du nicht einfach einen Angestellten fragen können? Waren da nicht gleich welche in dem Raum nebenan? Ja, Noah. Ähm. Warte mal. Mein Zimmer war rechts, also musst du links rausgehen. Und dann... Aber Punkt, Punkt, Punkt. Trifft es, glaube ich, ganz gut. Wir haben Aventurines Token bekommen. Token of the Inter-Astral Peace Corporation. Do you remember the Envoy played a little trick with it? Sehr gut. Gleich aufheben. Wer weiß, wofür wir das brauchen. Oh, ein Ecker-Roll. Sticker. Yay. Oh. Gleich aufstickern. Tada. Noch mehr Sticker. Tack. tiktok no need you need to hurry okay 60 prozent haben wir auf jeden fall schon wenn wir ein geschenk bekommen und sich jetzt wie jemand von euch eine anfrage geschickt ist aber doch eine kiste im hintergrund ist das ein anderes zimmer dann sehe das richtige zimmer aber da war doch eine kiste im hintergrund träume ich jetzt schon reality ich habe mich auch verwirrt habe die kiste auch ewig gesucht nämlich betrogen wenn du rinna die kiste mitgenommen oder vielleicht was agron während ich nicht geschaut habe die haben sich da kurz rum geschaut habe meine kiste geklaut so glatt dasselbe switch switch der hund oh mein gott warum schaut ihr mir hinterher dass man fernsehschau okay ich gehe schon ins bad das telefon service phone ab in die badewanne das richtige für für ratio einfach mal baden nur die die quietsche entchen fehlen die kiste hin frage ich mich auch voll voll der betrug was ist cool das wasser sieht gewöhnungsbedürftig aus das erinnert mich ein bisschen an prime ordeal seawater wenn ich ganz ehrlich bin vielleicht ist es das gleiche ich hoffe niemand von euch ist aus fontaine lie down in the dream pool aber bitte nur angezogen reingehen gell oh 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 okay lober bläschen kochen okay so was 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 Oh. Okay. Wer ist Mikael? Ist Mikael das Gegenstück zu Washer, was wir suchen, wenn wir irgendwie in Kontakt mit Wasser kommen? Ich sag euch's ja. Bin krank. Oh wehe, gute Besserung. Ira, hab jetzt Ferien und 52 Pity im Black Swan Banner. Aber es sind ganz schön viele unterschiedliche Informationen in zwei Sätzen auf jeden Fall. Auf jeden Fall gute Besserung. Genieß deine Ferien trotzdem, soweit es geht. Und ja, weiß ich nicht. Pullst du jetzt weiter für Black Swan oder holst du dir doch Sparkle oder sparst du? Hm. Okay, jetzt bin ich gespannt. Weil ich kenne ja schon den Light Cone und ich weiß, dass die beiden irgendwas miteinander zu tun haben. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir mehr darüber erfahren. Ich glaube, sie verstehen sich nicht besonders gut, wenn ich ehrlich bin. Aber das macht die ganze Sache vielleicht noch interessanter. Ja, ich hole mir hoffentlich Black Swan. Dann drücke ich dir die Daumen, Raffi. Bisschen Zeit hast du ja noch. Fünf Minuten und 16 Sekunden zu spät. Das ist fast so eine Al Hatham-Aktion, oder? Mit dem Grinser kann ich dir auch noch nicht ganz vertrauen, wenn ich ehrlich bin. Okay, das muss ich ihm allerdings gestehen. Dass das Outfit und so schreit ein bisschen nach V oder so. Und die O-Ringe. Aber die O-Ringe sind cool. Also der O-Ring ist cool. Sind Dr. Ratio und Event Reine nicht beide bei der IFK? Oder verwechsel ich da was? Naja, Dr. Ratio ist bei der Intelligencia Guild, die eine Unterkategorie von der IPC ist. Und Event Reine arbeitet direkt dort als irgendwas mit Handel und sowas, glaube ich, war das. Das ist bestimmt wieder so eine Al Hatham- und Kavi-Geschichte zwischen den beiden. Das passt schon irgendwie. Bestimmt. Ratio gehört doch zur Genius Society, oder nicht? Nein, 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 nein. Die Genius, die sind wieder was anderes. Das sind die Hertha, Skrullum und die so. Das sind die Leute, die von Noos bedacht wurden. Die besonders Intelligenten. Aber Dr. Ratio wurde noch nicht von Noos im einen Äon da als Genius aufgenommen. Yes. Die Intelligencia Guild ist mehr so ein bisschen unter den normaleren. Was? Ratio sucks. Ich gebe dir gleich mal Ratio sucks. Ratio ist voll cool. Ich mag ihn. Er ist auch stark. Er ist nicht schlau genug. Er wurde... Seine... 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 Seine Wissen ist halt noch nicht erkannt worden. Das heißt ja noch nicht, dass er in Zukunft nicht darauf genommen wird. Wassermarsch. Das ist eine gute Idee, Raffi. Ratio ist cool. Schau. Selbst Raffi sagt das. Ich finde ihn cool. Und die Genius-Leute, die sind alle sehr ich-bezogen. Und es sind auch nicht alle gut davon. Falls ihr die Geschichte teilweise gelesen habt. Manche von den Genius-Leuten sind sogar ziemlich böse gewesen. Ja. Oder eben halt noch und man weiß nicht, wo sie sind. Alles gut. Ich finde ihn funny. Was? Ratio? Ratio ist super. So. So. Haben wir jetzt alle Fragen bezüglich den umgebenden Umständen, die eigentlich glaube ich gerade nicht so viel Sinn Wichtigkeit machen? Haben wir alles besprochen oder habt ihr noch mehr Fragen? Und was war los, der Eon? Und was war los, der Eon? Erudition, glaube ich, oder? Erudition, ja. Dieser komische, die AI, die selbstständig geworden ist. Der komische Kopf oder so. Ich sehe darin einen seitlichen Kopf, aber vielleicht bin das auch nur ich, die das reininterpretiert. Ja. Okay. Was war ein Bild? Okay. Okay. Tendence to die? Okay. Sieht ein bisschen aus wie ein Robo-Kopf, der vom Körper gerissen und halb zerstört wurde. Genau das. Genau das. Und wenn man ein bisschen genau hinschaut, ich bilde mir ein, dass ich eine Nase und Augen sehe und das seitliche ist so das Ohr. Aber vielleicht interpretiere auch ich das nur rein. Ist das jetzt eine Serial Number oder steht da wirklich Slave? Hertha Station ist Erudition, Jarillo Preservation und Pinaconi Harmony, oder? Äh, Hertha Station weiß ich nicht genau, man würde aber Sinn machen, dass sie NOS folgen. Jarillo ist definitiv Preservation, Pinaconi Harmony, nachdem die Family alle Harmony sind und nachdem die ganzen Family Members da mehr oder weniger herrschen, ja. Die IPC folgt übrigens auch der Preservation. Ja. 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 Okay, also was ist in der Zwischenzeit passiert? Fakt ist, jetzt ist er wieder in dem Raum, wo die Schatzkiste ist. Das heißt, entweder hat er mich hypnotisiert und in einen anderen Raum verschleppt. Oder Egeron war es. Aber irgendwas muss passiert sein. Oder ich bin davor schon in einer Traumwelt gewesen. Weil Fakt ist, jetzt ist da die Schatzkiste wieder in dem Zimmer da. Irgendwas ist da faul. Ah, ah. Genso Hunt, yes. Die folgen Lan. Really? Ja, das haben sie die ganze Zeit in der Geschichte erzählt, so oft. Dass sie Hunt folgen. Und Hunt ist immer gegen Abundance. Das war die große Geschichte eigentlich. So halb, Hunt halb Abundance. Sind sie nicht absolut gegen Abundance? Hallöchen Reishi. Willkommen. Danke fürs Follow. Danke für den Lurk. Super Toast. Pinaconi heißt dieses Festival doch Charmany Festival, oder? Yes. Abundance. Abundance. Ja, okay. Na gut. Wenn du diese komische... Wenn du diese komische... Gruppierung da... Diese komischen... Wie heißen die? Die mit den komischen Medikamenten. Die haben es auf... Die folgen der Abundance. Aber... Deswegen ist ja dann diese ganzen... Komischen Sachen mal passiert. Dion Lan. Oh, okay. Also Hunt only. Yes. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat Lan sogar... Ähm... Jingyuan, den Lightning Lord, direkt geschenkt. Persönlich. Obwohl Jingyuan nicht Hunt folgt. Dem Pfad. Aber es ist nur eine Glaubenssache. Eigentlich. Es ist ein bisschen kompliziert, die ganze... Die ganze Geschichte. Aber ich finde es super interessant. Ich versuche immer ein bisschen mehr darüber zu lesen. Hin und her. Aber ja. So. Genau. Was ist dein Plan? Und was ist Zigonia jetzt? Noch ein weiterer Planet, wo er herkommt? Ich glaube nicht. Okay. Okay. Interessant. Eigentlich. Mishu ist sehr höflich in dieser Situation, muss ich jetzt sagen. Ich glaube nicht. Wie? Ich weiß nicht. Hm. Das Zimmer ist auch ganz anders. Da ist kein Hund. Das Telefon war da in dem anderen Zimmer. Irgendwie müssen wir Räume geswitcht haben in der Cutscene vorhin schon. Das hat mich nämlich auch gewundert, weil ich habe mir auch eingebildet, das Telefon steht da und dann stand das da. Irgendwas ist da passiert vorhin. Irgendwas wurde ausgetauscht. Kann ja nicht sein, die Schatzkiste. Ich fühle mich betrogen. Oh, warum kommt da so ein rotes Licht aus der Tür? Anomalie, Anomalie. Sind wir jetzt in der Traumwelt? Gallery of Thoughts. Oh. Okay. Wir sind in der Traumwelt. Oh, da fliegt eine Lava-Lampe. Hört man das? Ich finde noch immer den Kamin mit dem Hut toll. Oh. Oh. The impossible can also happen in dreams. Find it and then you shall be granted an audience. Okay. Okay. Da ist rotes Licht. Ah, super. Okay. Rein ins Bild. Auf zu Misha. Enter the dreamscape. Misha's Stimme kommt mir so bekannt vor. Erstmal runterfallen. Dann erstmal umschauen. Das wäre nicht das erste Mal gewesen, dass wir in so einer komischen Traumdomain sind. Na gut. Hallo Misha. Willkommen. We meet again. This whole place looks weird. Oh. Oh. Ja, aber warum werden gerade Renovationsarbeiten in meinem Traum durchgeführt? Hallo? What happened to the reverie? What is Golden Hour? What is Golden Hour? Ist das wie ein Persona? Mit der 25. Stunde oder so? Midnight Hour? Oh-oh. Oh-oh. Okay. Die Zeit, die wir in den Träumen erleben, sollte auf jeden Fall synchron laufen mit der, der in der Echtzeit abläuft. Das ist schon mal gut zu wissen, damit wir unseren Verstand nicht verlieren. Nicht, dass irgendwie eine Sekunde da, weiß ich nicht, oder andersrum, oder eine Stunde ist eine Sekunde in der Echtzeit oder so. Okay. Okay. I just picked up a note. Oh, haben sie doch nicht hinter Aventurine sauber gemacht, ich sag's euch. How do I get to Golden Hour? Ich nehme mal an, da einfach den Weg hochgehen, oder? Okay. Danke, Misha. Noch irgendwas zu sagen? Noch mehr Fragen? Oh. Das haben wir schon. Okay. Blub, blub. Blub, blub. Nur nicht runterfallen, wenn's geht. Die Riesenlampe. Okay. Enter the dreamscape. Wee! 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 Wir blüse im Anflug. Ups. Quietsch. Okay, ähm, hm. Landen sollte sie noch üben, aber toller Auftritt, ähm, 0,5 von 10 Punkten für die Bruchlandung. Hallo, Robin. Hallo, Sunday. Willkommen. Hallöchen, hallöchen. So, the fall didn't hurt at all. I think I'm hallucinating. Are we in heaven? Or, ja, ich sehe schon die Engel vor mir. Wegen alle das erste Mal so aufs Gesicht? Oh. 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 Alles ist verschwommen, alles ist verschwommen Das ist alles nur ein Traum Irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden gerade von der Harmony beeinflusst Auch noch zusätzlich Obwohl ich nichts gegen Harmony Charaktere habe, im Gegenteil Wir möchten ihnen mal nichts Böses unterstellen Robin Harmony Charakter konfirmt Obwohl das auch am meisten Sinn macht, wenn sie Sängerin ist und alles Okay Okay, that's a great analogy. I get it now. This is deep. Does that mean I can levitate in the air? Gleich abheben. Naja, runterfallen funktioniert auch schon mal. Ob das mit dem Schweben so funktioniert, das werden wir dann sehen. Ja. Am Anfang werde ich mir noch versuchen, mich mit allen Charakteren gutzustellen. Ob sie sich mit mir gutstellen, ist noch eine andere Sache. Man muss immer denken, wenn man die irgendwann mal pullen möchte, dann sollte man sich immer mit ihnen gutstellen. Und das, glaube ich, keinen Unterschied macht dann mit meinem Glück. Ich klammere mich an jeden Strohhalm, den es gibt. Bekommt eigentlich jeder so eine Einführung von Robin und Sunday? Oder sind nur wir ein Special Guest? Nein, das ist ein Problem. Ich habe auch noch ein Problem gemacht. Ich kann mich nicht mehr überlegen, dass ich diese Dinge, die Menschen zu erzählen kann. Keine Ahnung, dass mein Herr immer so ist. Ich möchte mich nicht mehr überlegen, aber ich kann mich nicht mehr überlegen, dass ihr die Familie gemacht hat. Ich kann mich nicht mehr überlegen, dass ihr die Schönheit in der Familie geöffnet. Bis zum nächsten Mal. Bis dann! Vielen Dank für die Begrüßung. Mats schreibt mir. Nicht, dass ich die ganze Zeit so schon immer Nachrichten bekomme, jetzt bekomme ich auch noch Handy-Nachrichten in meinen Träumen. Hey, hey! Awesome! We can send messages even in the dream. You there yet? I'm there now. Not yet. Yay! I just got in touch with Himiko and Mr. Young. They all went to different dreamscapes. I'm at the moment of dusk. I'm planning to check out the auction. It's gonna be a pain to meet up again, so why don't we split up for now? You're at the golden hour. I heard the dreamscape sales store. There is super famous. Can you please check it out for me? Pretty please! If it's really fun, then I'll head over there next. Mats wieder nur am shoppen. Okay. Wir antworten hier nicht. Wie im echten Leben. Okay. Ich war ganz kurzzeitig verwirrt. Realitätsprinzip. Nicht so. Okay. Ich kann das lesen. Ich verstehe, was es ist. Aber halt, es ist deutsch. Okay. Das hat mich verwirrt. Paleblazer in dreamscape. Yay! Let's go. Okay. Nebo hat gesagt, ich soll mich voll und ganz auf die Story-Consul hin. Ich soll mich nicht ablenken lassen von der großen Stadt. Aber ich muss mich zumindest einmal umschauen. Das sammle ich da ein. Das sammle ich da ein. Was ist das? Collect. Ein neuer Sticker. Ein Ratio-Sticker! Okay. Den brauche ich schon. Hoppla. Ich bin irgendwie... Da müssen wir hin. Da 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 da. So. Ratio-Sticker. Okay. Der Ratio-Sticker muss natürlich neben Aventurine sein. Nachdem die sich so gut verstehen. Oder? Da da. So. Eigentlich muss... Eigentlich muss Robin auch neben Sunday sein. So. Zack. Okay. Da. Tada. Da. Das ist zumindest da von dem Text noch vorschaut. Zack. Das so. So. Muss alles... Muss alles geplant sein. Genau. Und da haben wir was Neues. Okay. What stands before you is the golden hour. In a conis pulsating heart. Tell me what are your first impressions of the city. I fell in love at first sight. The air stings off capital. Love-hate relationship hard to describe. Bis jetzt, was ich gesehen habe, merke ich ziemlich gut gefallen. Aber viele habe ich noch nicht gesehen. Aber das Design gefällt mir schon, muss ich sagen. Neue Sticker. Ein Soulglad-Sticker. Sticker? Okay. So, einfach auf den Tresen stellen. Sieht komisch aus. Richtig eher hinlegen. Richtig ist so wirklich besser. Zack. Jetzt habe ich da noch einen Note-Sticker. About happiness. This street is populated by people, though none of them are young. From all walks of life. Wasting the excess of happiness they have in the realm of reality. Zack. Oh. Okay. Okay. Gut. Flop. Wir geben das einfach mal hin. It's love at first sight between you and the golden hour. Das ist mein allererster Eindruck. Ich finde das sehr cool gemacht. Das Design. Von der ganzen Stadt. Was ich jetzt da so gesehen habe. Gut. Achievement. Arrive at the golden hour. Oh. So. Wir konzentrieren uns jetzt. Wir lassen uns natürlich nicht von den Annehmlichkeiten der Stadt ablenken, aber wir schauen uns ein bisschen um. Oh no. Jetzt verfolgen mich diese Schilder auch schon. Das ist so cool gemacht, als ich das bei Evo gesehen habe. Hallöchen Huren. Willkommen. Ich habe keinen Command für die Drops. Ja. Sorry. Ich wüsste nicht, was ich reinschreiben sollte. Man kann ja eh nachschauen, was es für Drops gibt, oder? Jeweils. It has a refreshing taste. It can cure various diseases. Oh, okay. I can't go about my day without drinking. Ich habe noch nie ein Soulglad getrunken. Ich habe einen Soulglad-Bord-Sticker bekommen. Da ist ein Evo-Roboter drauf. Ah, es verfolgt mich. Es verfolgt mich. Aber wir haben einen neuen Sticker bekommen. Zack. Schau, das sieht doch aus wie ein Evo-Roboter, oder? So. Zack. So glad. Enjoy. Ich finde das mit den Stickern voll lustig. Wollte ich nur mal anmerken. Die Geräusche von den Füßchen. Okay, die Kiste ist direkt vor meiner Nase. Die hole ich mir schon. Die Telefone auf der Zunge. Lasst euch dieses Telefongespräch auf der Zunge zergehen, bitte. Waifu drops wo? Hast du sie noch nicht geholt, Shiro? Sicher schon. Und willkommen, willkommen. Okay. Oh, oh. Rechtzeitig noch abgefangen. Hanus Adventure. Oha. Nicht ablenken lassen. Und immer schön... Ah! Und immer schön schauen, wenn man über die Straße geht. Was ist das? Ein Kroko-Ballon. Oh. Hört ihr das? Was ist das? Donuts? Baumkuchen-Donuts? Oh, oh. Geleckt. Soulglade Cyclopedia. Da gibt's Eis. Das... Floating Eis... Okay, wir sollen uns nicht ablenken lassen. Wir konzentrieren uns komplett auf die Story. So. Hier ist ein Zebrastreifen, bitte. Anhalten. Okay. Wir halten nicht an. Sie fahren um einen... Oder... Ah! Mir wieder kommt das Nächste. Okay, wie soll ich denn den treffen? Ich habe ja keinen Bogencharakter. Glocki! Oh mein Gott, ich liebe die Stadt. Robin-Poster. Spending money feels so good. Oh mein Gott, ich bin voll begeistert. Wir gehen natürlich über den Zebrastreifen, wie sich das gehört. Du ordentliche Leute. So, wo müssen wir hin? Ah, da lang. Nein. Das ist doch ein fliegendes Buch. New Sticker. Ooty Mall. Oh Gott, jetzt sind das schon zwei Schilder, die hinter mir her sind. Schönen Sie die Geräusche, die sie machen. Wenn sie laufen. Nein. Hey, das ist eine Schatzkiste. Die Shops da. Das ist gut, wie da die Sachen hinten teilweise wieder aufgemalt sind. Dass sie dreidimensional aussehen, aber nicht dreidimensional sind. Erst mal ein Selfie machen da. Jo, hallo. Darf ich mit auf Selfie? Nicht ablenken lassen. Konzentration, Konzentration. Aber die Stadt ist doch cool. Sicher, wenn man alle... Oh Gott, das ist das nächste Ding. Dreamscape Tourist. Komm, irgendwas. Das ist dieser Food Festival-Kuchen. Warum ist da ein Fisch drin? Nur 306.288 Credits. Aber es ist ein Regenbogen drin. Regenbogensauce oder Regenbogencreme. Warum sind da Billardkugeln drauf? Aber warum ist da ein Fisch drin? Harmony-Kuchen. Was ist das für ein Tierchen? Oh mein Gott, ich bin voll begeistert. Ein Burger. Ich gehe ja schon, Stell wieder. Wo muss ich bei dem Kuchen ein Ayaka denken? Ihre lustigen Spiele. Ihre Essensspiele. Mit dem Eintopf oder was das war. Ich sag's euch, die Kamisatos. Hat das vielleicht die Überleitung? Auf Sunday und Robin. Vielleicht mögen die auch solche Spielchen. Das Kleid ist cool. Können wir ein tolles Outfit... Können wir so ein Kleid für einen Trailblazer haben? Ja. Irgendwie habe ich Angst, da hinzugehen. Das Auge. Oh mein Gott. Oh Gott. Hallo, Dr. Edward. Pretty Stell in Pinaconi? Das wäre doch toll, oder? Also ich fände es schon cool, wenn die Trailblazer auch andere Outfits haben könnten. Dass der Zug bei den Travelern abgefahren ist, das habe ich inzwischen akzeptiert, auch wenn es bitter ist. Aber was haben die für einen Grund, sich nicht umzuziehen? Nur weil sie Galactic Baseballers sind? Meinen sie so rumlaufen zu müssen die ganze Zeit? Was bekommt Kelos dann? Weiß ich nicht. Ich habe einen schnieken Anzug, würde ich sagen, der dazu passt. Das wäre doch cool. Ein richtig schöner Anzug. Schön geschnitten. Mit ein paar Details. Weißt du, auch farblich passend zu dem Kleid, was da war. So schwarz-weiß mit roten Akzenten oder so. Wäre doch voll cool. Und einen ordentlichen Zylinder. Nicht so einen komischen... Red Mage-Hut, bitte. So. Dann kriegt Stell noch eine tolle Frisur. Wünschen kann man sich viel. Who is talking to me? Na, Dr. Edward steht doch da. How do you know who I am? Weil ich registriert bin da in der Traumwelt. Aber fragen wir mal, wer das ist. Okay. Dr. Edward. Stimme. Hier ist ein paar spannende, große Möglichkeiten. Das ist ein paar Dinge. Wir haben die Stimme, die für die eigene Kiefer-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film. Die Stimme. die übereinander gelegt wurden. Ja, das ist mein erster Besuch. Dream Bubble. Oha, ein Akivili-Traum. Okay. Diese Stimme von Dr. Edward, die trifft mich irgendwo an einer ganz, ganz unangenehmen Stelle, wollte ich nur mal sagen. Mit diesen verschiedenen, mit der Tiefen und dieser hohen Stimme da drüber, diese elektrische Stimme, die sich anhört wie ein irgendein altes Gerät, was irgendwas komisches ein-, weiß ich nicht, wie so ein uralter Printer, der so ein ganz, ganz schieres oder ganz komisches, ekelhaftes Geräusch macht, wenn es sich so mechanisch ver- Wie ihr versteht, was ich meine. How do you know what I want? Is this the memory of Akivili? How many credits do I have to pay? Das ist doch gratis. Von einem anonymen Spender. Oha, okay. Okay. Please close your eyes and rest your forehead against the dream bubble. Das, 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 das Auge oder was? Is das die dream bubble? Touch the dream bubble. Oh mein Gott. Das erste, was ich in meinem Traum sehe, ist Pom Pom. How come Pom Pom is here? Am I Akivili now? What's going on? Yeah. Okay. Okay. 5 Punkte für das Unterbewusstsein, das die Wissenslücken stopft. Okay. Hallo, Pompom. Hmm, Akivili Fragezeichen? Isn't there any sound now? Who's speaking? Do you have to do the voiceover for Akivili myself? Hahaha, okay. Selbst ist der, die das Akivili. Ja, ich weiß nicht, dass ich das Akivili habe. Als ich das Akivili habe, hat sich ein paar Geräusche verloren hat. Ich glaube, dass ich nicht so sagen kann, dass ich nicht so sagen kann, dass ich nicht so sagen kann. Aber ich glaube, dass ich das Akivili habe, Wir dürfen uns eine Stimme für Aki-Bili aussuchen. Einer Meinung nach, wenn ich an den Zug und Aki-Bili denken muss, dann möchte ich eine starke Stimme haben. Eine, die so richtig durchrauscht. Nein, keine Ahnung. Alles ist besser, als die Stimme von Dr. Edward. Alles wirklich aussuchen? Okay, okay. You see who else? Oh, wir können sogar Kelos Stimme nehmen. Das ist interessant. Okay. Jetzt bin ich in der Zwickmühle. Was nehmen wir? Kelos Stimme höre ich ja nie. Oder wir könnten dann hinnehmen. Das führt aber vielleicht zu Verwirrungen. Das ist aber cool, dass sie das aufgenommen haben in den ganzen Stimmen. Ich glaube, wir machen wirklich das. Das ist aber cool, dass sie das aufgenommen haben in den ganzen Stimmen. Das ist aber cool, dass sie das aufgenommen haben in der Zwickmühle. Ist das wirklich echte Erinnerung von Akivili? Akivili war anscheinend sehr rebellisch, die armen Trailblazer. Das gefällt mir. Okay. Das klingt sehr chaotisch. Ja. Okay. 42 crispy crumbly Pomo Pomo Pies. Oh mein Gott. Und wenn Pompom hungrig ist, dann ist nicht mit ihm zu spaßen. Ich bin schuldig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe den Räumen gelegt, aber... Halt, wo ist Pom Pom's Snack Vault? Oh mein Gott, ist das cool. What do all these have to do with Akiwili? This trailblazing expedition of yours is indeed an elating one. Did Soulglad really exist in that era? Das ist das, was ich mich gefragt habe. Da gab es schon Soulglad? Das ist einfach nur ein Traum. Akiwili vor Gericht. Okay. Wäre es noch schlimmer als Akiwili? Okay, jemand hat den Zug entzweit. Das heißt, wir haben wahrscheinlich das Vorderteil und irgendwo gibt es noch ein zweites Teil vom Zug. Wow. Kira, wenn ich nicht direkt beim Sparkle Release pull und warte bis zum 11. bis 12. März, sollte ich über 500 Pulls haben. Plus die Free Pulls dann im Schock durch die 4 und 5 Stars. Wird also eine dicke Season bei mir. Session bei mir. Okay. Hört sich gut an. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass das diesmal super megamäßig klappen wird. Die Sparkles. Ich bin auch schon gespannt. Ich habe ja Gott sei Dank genug Pulls. Ich hole mir eh nur eh Null derweil mal und spare dann weiter. Aber ich freue mich trotzdem. Yes. Du wirst alles live sehen. Weißt ja. Ja, ich weiß. Wir werden das live streamen. Ich freue mich schon. Viele, 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 viele Pulls. Ich kann heute nicht schreiben. Keine Sorge. Ich verstehe, was du meinst. Das ist das Wichtigste mal. It's quite fascinating. What do all these have to do with Akivili? That's it? Das war wirklich faszinierend. Sollte das wirklich wahr sein? Wie, wenn ich das nochmal sehen will, dann muss ich Credits zahlen? I almost expected something like that. So that first dream bubble for free was just a sales pitch. Das ist wieder typisch. Die ersten... Der erste 5 Star ist gratis. und danach muss man dann warten, bis sonst da waren. Kann man das noch in einer anderen Stimme anschauen? Okay. 100.000. Gut, ich muss... Oh mein Gott, da ist ein Pompom drin, der die Luft anhält. Aber meine Credits! Okay. Ich muss gerade niemanden leveln und bis Sparkle rauskommt, dauert es noch ein bisschen. Aber ansonsten habe ich alle meine Charaktere mal so weit gelevelt, wie ich haben will. Wir kaufen uns die Memorial Bubble. Ich muss schließlich Pompom aus der Blase befreien. Sorry, I truly am the worst nameless in the world. Gekauft ist gekauft. Ja, ich bin pleite. Okay. Was denn jetzt schon wieder? Sticker. Sticker. Und die Dream Bubble. Was? They have died, they still live. Was? Bevor ich da irgendwas weitermache, klebe ich erst mal meine Sticker auf. Tada! So. Da-da-da-da-da-da-dam. Die so in den Hintergrund so als Poster da. Oh, das ist ein bisschen schief. Da. Zack. Klopp. Da. Da. Zack. Da. Oh. Leider. Geht's nicht. Okay, dann. So groß. Zack. Die Pompon Bubble. Oh. Pompom-Bubble kommt da so aus dem Soulglatt raus. Keine Ahnung. Zack. So. Tada. Oh. Meine ersten Stellar Jades. Hui. So. Du kannst einfach reinschreiben. Whales Sparkle Shrimp Pulse over 500 Summons on Sparkle Banner. Wir sind halt ca. 500 Euro rein. Dieses Monat 300 und nächstes Monat 200. Shiro. Mein Gott. Bitte nicht nachmachen. Muss man da auch noch dazuschreiben als Disclaimer. Wenn ich ehrlich bin. Ja. Ich hab meine 100 Euro Investment noch immer nicht angerührt. Firefly. Stay safe. Okay. Geh weg. Alter, was geht da ab? Die hat eine Lampe hinten. Okay, die leuchtet wirklich wie ein Glühwürmchen. Das ist aber lieb. Ich mag den Farbverlauf in den Haaren von dem Grau zum Blau-Türkis. Die Augen sind so hübsch. Hach. Kann man diesen Augen böse sein? Oh. How can I help? What happened? Who are you? I do my best to protect a pretty young lady. Wir bleiben mal ganz ruhig und analysieren erstmal die Situation. Was ist passiert? Ach so. Super. So schnell kann es gehen. Wenn man helfen möchte. Oh mein Gott. Kämpfen. Das erste Mal im heutigen Tag. Oh mein Gott. Die Hunde. Und der Bildschirm, der ist so grummelig. Wie Pompom vorhin. Kurzen Prozess. Ist mir schon aufgefallen, meine Rune ist sehr, sehr langsam mit Lisa zu den anderen Charakteren. Was eigentlich eine blöde Sache ist. Wenn ich sonst alles schaffe, ist das in Ordnung. Tada. Battle over. 500 Euro für Sparkle. Toll. Okay. Stimmt, wir haben ihn nach vorhin noch gar nicht gesehen. Richtig. Ingame. Warum steckt die Krawatte da drin? Oh mein Gott. Der erste Charakter mit Bart. Der erste Spielbare. Muss. Ich bin zu verliebt. Oh. Herzchen, Augen. Heschi, was ist mit dir los? Ich liebe alles an ihr. Aussehen. Personality. Alle haben gesagt, sie ist furchtbar. Ich möchte mir noch kein Urteil bilden. Aber ich pull sie auch. noch mal so. Alles gut. Alles für Dragon Hang. Okay. Ich will ihn mir ganz anschauen. Look at this guy. Was kann da nicht mit mir los sein? Keine Ahnung, Heschi. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei dir, du bist einer der wenigen Personen, bei denen ich den Geschmack nicht immer hundertprozentig einschätzen kann, weil du auf so viele unterschiedliche Sachen abfährst. Mir egal, was alle sagen. Ich habe meine eigene Meinung über Charleston. Das ist eh das Beste. That's enough, boys. Boys. Ich will ihn auch haben. Das ist doch gerade das Gute. Okay. Hallöchen Temi. Willkommen. Danke für den Raid. Willkommen, willkommen. Wie geht's? Wie steht's? Danke dir. So. Ein Genshin Impact habt ihr gemacht. Was habt ihr Schönes gemacht? Event oder die neue Karte erkundet? Hallihallo. Ich bring dir nach 6 Stunden Stream nette Menschen. Das ist aber voll lieb von dir. Dankeschön. Und liebe Grüße an die netten Menschen. Willkommen, willkommen. Hallöchen Rookie. Hey Kira, wie geht's dir? Wie läuft es in Starrail? Ganz gut. Wir machen gerade die Story. Läuft eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Lanternride angefangen und Shenyun Story. Oh. Cool. Ihre Story habe ich noch nicht gemacht. Die werde ich irgendwann mal in den nächsten Wochen irgendwann in Ruhe machen. Aber Lanternride haben wir auch schon angefangen. Yes. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich finde es eigentlich ziemlich nett. muss ich sagen. Die Story und alles drumherum. Die Minigames sind auch lustig. Vom Lanternride dieses Jahr. Gefällt mir gut. Ich habe meine 50-50 bei Starrail vergeigt. Ja, ich auch. Ich habe Clara bekommen. Nach 79 Puls. Weee. Aber jetzt spare ich weiter. Tipp, mach Lanternride nach der Story. Ich weiß, aber das kann ich nicht machen. Das geht sich sonst von der Zeit her nicht aus. Weil für die Story brauche ich sicher dreieinhalb Stunden. Da muss ich ein gutes Zeitfenster haben, wann ich das streame. Ja. Ich habe mich vorhin geärgert. Nein, habe ich eh gemerkt. Sie haben ja eh eine Warnung, aber es geht manchmal nicht anders von den Streams her. Leider, leider. Dafür ist der Event viel zu schnell gekommen, nachdem sie das freigeschaltet haben. Es geht leider nicht. Ja. Ich wollte erst mal das Gebiet freischalten, deswegen, ja. Und für die Story-Quests brauche ich immer mindestens ein Stream-Fenster, wo ich wirklich sagen kann, ich habe vier Stunden in Ruhe, weil sonst ist es schon einmal passiert, dass ich nicht rechtzeitig fertig geworden bin. Leider. Und dann abbrechen musste. Kira hat Lantern Ride schon angefangen. Yes, die ersten zwei Story-Sage schon fertig. Aber nicht so schlimm, muss ich sagen. Naja, die Story von Star-Mail ist auch sehr schön und ich wünsche dir viel Spaß damit. Danke dir, Temi. Voll lieb von dir. Ich muss kochen gehen. Mach das. Dann danke auf jeden Fall für den Raid. Viel Spaß beim Kochen und wir hören uns. Danke, danke, danke. Und willkommen, liebe Raiders. Macht es euch gemütlich. Wir sind gerade eigentlich noch relativ am Anfang der Story. Aber wir genießen das vollkommen. Yes. Wir sind jetzt gerade das erste Mal auf Firefly getroffen. Bis dennne. Danke dir. Einen schönen Tag wünsche ich dir. So. Okay. Das berühmt-berüchtigte Child-Bauch-Window oder so ist es wieder da. Okay. Ich muss aber sagen, wenn ich ihn so sehe, ich kriege wirklich ein bisschen Grizzly-Vibes. Aber ja. Aber sonst ganz anders. Er ist komplett fertig mit seinem Leben, glaube ich. So sieht er aus. Ich mag ihn. Also so sieht süß aus, würde ich sagen. Voll lieb. Also so sieht er aus. Ich mag ihn. Okay, Themenwechsel. Jetzt bin ich sad. Morgen kommt kein Mäschel. Warum das nicht? Das ist aber fies. Bling, bang, bang, bling, bang, bang, bling, bang, bang, bang. Ich mag Eventurine nicht. Okay. Sommer? Was? Ah, Sonntag wahrscheinlich. Sunday. Sunday und Robin erinnert mich an Ayato und Ayaka. Das sage ich doch. Als ich mir diesen Trailer angeschaut habe, immer und immer und immer wieder. Und dann habe ich den Trailer ganz langsam abgespielt. Und dann habe ich alle Charaktere ganz langsam. Und ich habe voll die Ayaka und Ayato-Vibes bekommen. Aber das ist eine gute Sache, weil ich mag beide. Deswegen möchte ich auch Sunday und Robin beide haben. Sofern sie spielbar sind. Irgendwann. Unbedingt, unbedingt. Okay. Tag. Unglaublich, dass er Heiler ist. Muss ihn haben. Hallöchen, Mia. Willkommen, willkommen. Vergessen nichts zu trinken. Eine gute Sache. Ich habe vorhin schon brav getrunken. Danke. Hallihallo, Hallöchen. Hallöle, Hallöchen Itachi. Willkommen. Wie geht's dir? Okay. Okay. What about the stowaway? Who's the silver-haired guy? Was? Who are the Bloodhound family? Okay. Alles drei wichtige Fragen, glaube ich. Mehr oder weniger ist diese Traumwelt eigentlich nur ein virtueller Raum, sozusagen. Den alle wie in einem MMO betreten können. Durch Träume oder was auch immer das Wasser da macht. Hm. Hm. Sehr gut. Heute Zeugnisse bekommen gleich mehrere. Ich hoffe, sie sind gut ausgefallen. Das macht so einen Unterschied, wenn man die so Söckchen trägt. Stell sollte sich da vielleicht noch ein bisschen was von, 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 ab, abschauen. Sie sind süß, die Söckchen. Oh. Oh. Was, bis bald. Hoffentlich bald gepullt, irgendwann in Zukunft. Oh, Galactic Baseballer at your service. Also ein Zeugnis bekommen und einen 2,06 Durchschnitt. Okay, das ist gut, würde ich sagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt schauen wir mal, ob der Flynn eine ordentliche Frisur hat. Dann komm mal her mit deinen Haaren und deine Schuhe voraus. Der Flynn sieht aber fesch aus jetzt. Hübsch geworden. Einmal drehen. Sehr schön. Sind die langen Federn da weg. Sehr gut, jetzt darfst du weitermachen mit dem, was auch immer du gemacht hast. Was? Sehr, sehr schön geworden. Flynn ist richtig groß schon. Jedes Mal, wenn die Haare geschnitten sind. Der ist wieder so ein Stück gewachsen. Unglaublich. Okay. Firefly. Thank you so much. Thank you so much. Why is he that? How do you know? Are the nameless really that famous? I'm not doing autographs today. Warum nicht? Ich würde welche geben. Ah. Okay. Das hat mich verraten. Die sind aber schlau. Sie führt mich herum. Perfekt. Okay. Eigentlich ist es verwirrend, wenn der japanische Name Hotaru ist. Luminz. Luminz. Japanischer Name ist auch Hotaru. Eigentlich. Wir nennen sie natürlich Firefly. Das ist toll. Ich habe eine Tourguide. Du hast heute Arbeit? Ich nehme gerne eine Tourguide. Aber wie wäre es? Stell in dem Kleid? Und Kilos in einem Anzug? Kotschi, Kotschi! This side of paradise. Mann, ist sie schnell weggelaufen. So. Achtung, fetter Spoiler. Firefly ist super cute. Oh! Niemand. Sie ist super cute. Was sind denn das da für Kugeln? So ein Spiel? Oha. Ja. Ja, da war ich schon bei dem Store. Der Burger, da schaut wie der Käse da runter läuft. Richtig geschmolzen. Aber es sieht aus, als wäre da eine CD dazwischen. Oder sind das so Saturnringe um den Burger herum? Okay, ich darf mich nicht ablenken lassen. Haben wir schon Alpha-Alpha-Coins? Wenn wir uns ein Auto kaufen. Ich hoffe, dass sie auch irgendwann spielbar ist. Ja. Es gibt einen fetten Bann. Dafür, dass sie super cute ist. Oh oh. Wow. Okay. Die Sachen aus der Traumwelt können in die echte Welt... rüber transferiert werden. Spannend. Nur Autos nicht. Schade. Was ist das da hinten für eine... für ein Grape- oder Plum-Soul-Glad? Wahrscheinlich eher Grape. Schade. Schade. Immer her mit dem Essen. Oh mein Gott, die feiern da voll. Ich will mir ihr Model-Main-Ruhr anschauen. Lauf nicht immer weg. Ich glaube, sie hat Angst vor Dr. Ratio. Schade. Pizmeal. Töchen Jay. Luftballons. Ah, warte. Ah! Hunger im Traum. Hm. Was ist auf einer Glocki-Pizza drauf? Thanks, that's... Thanks, that's very nice of you. You shouldn't have. I should warn you, I do have very expensive tastes. Oh, oh. Aber sie hätte mich wirklich nicht einladen müssen. Farben sind schön. Die verschiedenen Türkis-Töne mit dem Gelb. Leicht Orange dazu. Also bei den Designs muss ich sagen, Hut ab. So tolle Farben und Kombinationen. Und die ganzen Details auf den Charakteren. Das nehme ich in Kauf. Es musste gesagt werden. Die ist wirklich süß. Oh, Firefly's Budget. Das geben wir nicht aus. 20.000 Credits. Oder sind das Alfa-Fa-Coins? So, bleibt sie jetzt stehen? Die Augen sind toll. Der Farbverlauf. Dann der Rock. Der Farbverlauf auf den Söckchen. Die Schuhe. Und hinten die Lampe. Wie bei einem echten Glühböhmchen am Po. Und die Flügel. Sie muss sagen, es ist eines der besten Charakter-Designs im ganzen Spiel. Und der Hairpin. Und der Hairpin. Wow. Glücks-Kleeblätter. Die Schleifchen. Schleifchen an den Ärmeln am Kleid. Und dann nochmal die gelben da unten an den Schuhen. Ich bin begeistert. Die Augen. Wie als würde sie ins Universum starren. Na, die Farben sind wirklich toll. Die will auch so einen Lampenanhänger haben. Ist das eine LED-Glühbirne? Das ist süß. Das ist so süß. So. Okay, wir sollen uns was kaufen. Alöchen J. So, jetzt haben wir das Model-Eingehens studiert. Okay, was kann man... Oh, das Eis sieht toll aus. This is Pinaconi's most iconic dish. Take your pick, it's my treat. Oh mein Gott. Pommes. Okay. Ah. Cake Roll sind das. Da war ich mit Baumkuchen gar nicht so schlecht dran. Load-Disc. Da ist ja wirklich eine Disc drin. Ich hab das nur aus Spaß gesagt. Das sieht aus, als wäre da eine CD drin. Okay. Eigentlich können wir uns alles kaufen. Wir haben 20.000. Ist das Erdbeere, Vanille und Pistazie? Each representing a popular scenario found in dreams. Okay. Die Geschmacksrichtungen sind Memory Loss, Car Crash and Terminal Illness. Das ist irgendwie anders als erwartet. Cake Rolls. Oh. Ist das einfach so aus Biskuit gemacht? Und dann mit einem hellen Biskuit und einer Pudding, Vanille-Pudding-Schicht da drin. Pika White Grape Soda. Warum Pika? Pika, Pika. Loki. Pommes mit Creme. Mit Sunday. Mit Eis. Was allerdings wirklich keine so schlechte Kombi ist, wenn ich ehrlich bin. Liebe Pommes. Was sind da für Zahlen auf der Pizza? Ach so, das ist eine Uhr. Eine Glocki-Pizza. Okay. Und der Float-Disc-Burger. Okay, aber ich nehme mal an, dass das einfach ein Käse-Cracker-Disc-Dingsbums ist. Sind da Radieschen drauf? Ist aber eine tolle Sache. Stellt euch vor, auf Burgern wäre statt Zwiebeln Radieschen drauf. Okay, wir nehmen die Pommes. Und das gebe ich hier zurück. Oh. Dann machen wir das. Haha. Ich bin sehr lieb. Ich bin sehr lieb. Ich bin sehr lieb. Oh. Oh. Doesn't that get expensive? And those high in calories. Oh oh. Aber dafür... Das anzusprechen gleich beim ersten Treffen ist ein bisschen... Aber sie ist super in Form also. Und ich glaube, sie verdienen wahrscheinlich auch genug Geld, oder? Ja. Sunday-Fries hinab ich ja die ganze Zeit an meine Pommes-Milchshake-Kombo. Genau das. Und das ist ehrlich gesagt nicht so schlecht, wie es sich anhört. Sie würde noch mehr essen davon. Aber Essen im Gehen ist nicht gut. Vor allem nicht, wenn man so rennt. Hucke ich mich gleich an meinen Pommes. Okay, nicht ablenken lassen, hat Evo gesagt. Oh oh. Ich muss gerade sagen, ich finde den Fenstereffekt da voll toll. Oh. Hoppala. Hey, 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 hey. Über den Zebrastreifen gehen. Ciao, du wirst halb überfahren. Bitte pass auf. Die Glocki-Uhr. Da ist was an der Uhr dran. Glocki-Boy. 10.000 Episoden, das ist ja noch schlimmer als One Piece. He looks cute. His character design is a little surrealist. Isn't having a clock as a character a bit ominous? Ich finde der süß, aber der hatte irgendwelche Federn am Auge. Schau, Firefly findest du ihn auch süß. Okay. Watchmaker? Is he famous? Na, wir haben ja schon vom Watchmaker gehört. Das ist eine Kiste. Also eine Legende. Und niemand weiß, wer der Watchmaker wirklich ist. Aber es gibt halt viele, viele, viele Gerüchte. Pina Kuni sucht den nächsten Watchmaker. Ich frage sie, wie in die Schwecke. Könnte sein. Vielleicht war es wirklich ein Trailblazer. Vielleicht lebt er noch irgendwo. Irgendwo in den Träumen versteckt. Wir müssen ihn suchen. Vielleicht war es Akivili persönlich. Was? Ein Foto mit Glocki oder mit dem Watchmaker? Thanks. I think I'll pass. I'm allergic to camera lens. Aha. I know how this goes. You're gonna charge me a lot just for taking the pic. Oh. Wie kann man Firefly sowas unterstellen? Natürlich wollen wir ein Foto. Ich sag doch, da hängt irgendein Vogel oder sowas fest. Coming from the Glocki's Eyelashes. Ich glaube nicht, dass Glocki Eyelashes hat überhaupt. Firefly! Hello Kira, Heshy und Chad. Happy Weekend allerseits. Hallöchen Chili. Willkommen dir auch ein frohes Wochenende. Und willkommen, willkommen. Wie geht's dir? Maske, Maske, Maske! Uwe, da ist mir! Maske, Maske! Eyelashes are begging to be pulled out. Wie manche, die sich so ganz, ganz dicke, 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 unechte Wimpern aufkleben. Äh. So. Optional. Ask Firefly for commemorative picture. Natürlich wollen wir erstmal ein Foto haben. Wenn schon, denn schon. So. Bisschen näher. So. Tada! Zack. Speichern. Sehr gut. Oh. Oh. Das geht es, war doch. Das geht es, war doch. But the Eyelashes are still begging for help. Okay. Gut. Alles prächtig. Vorhin von der Arbeit rein und jetzt ausspannen und Wochenende genießen. Das hört sich gut an. Genießt das Wochenende auf jeden Fall. Ich habe auch frei. Ich freue mich. Egal in welchem Stream. Ich bin irgendwie bist du auch immer da. Chili ist immer da. Das ist, weil er so chillig ist. Und so churlig. Na gut. Kann ich mir noch die Kiste vorher holen? Doch, na dann. Komm, ich gebe alles. Schau, ich sag doch, da ist ein Vogel drin. Yank. Yank. Oh. Wäre es beautiful, ich oder Firefly? Oder Rishio? Oki, Naki, niki, 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 niki. Tschüss. Ein Origamifogel. And it's gone. Hm. wie sie da hinten steht ich rescued a bird a bird with sharp edges and points I pulled out his eyelashes out I can actually jump in this world color me surprised okay okay, die Antwort ist lustig das erste Mal, dass wir gesprungen sind, yay Chili ist überall, um auszugleichen, dass der ganze Content schon gone ist ja ich habe noch genug Content ich verfolge dich ins Geheim Spaß, bin aber wirklich gefühlt überall das ist ja auch okay so was, weiter geht's mit der Tour oh, Origami Bird da geht das in Origami Vogel die Origami Birds bring branches and precious stones to build the city however, these mischievous entities often turn into feathers and hide in the various corners among the places they've made if you see through the birds mimicry okay, da sieht man immer so die Federn then please go up and interact with them the friendly birds will prepare a gift for adventurers who discover them yay da sind gleich drei drin some particularly playful birds won't directly admit their failure and require you to peel back their disguise little by little observe carefully and try many times to figure out the way to capture them okay steckt also mehr dahinter als einfach nur finden Collect, was ist das? eine Karte? oder ein Sticker? jemand hat einen Sticker vergessen? okay da ist jemand ein großer Fan von Clockboy warum fotografieren sie die Rückseite von Clocky? Clockboy da iski sieht das Psyche aus das hat auf jeden Fall auch einen Heiligenschein und Flügelchen was, was, was Ichi, erzähl allen doch nicht die Wahrheit ich merke das schon aber Lügen ist böse Origami, Mechanik dann erließe ich Kardinal oh nein Hilfe wo Content habe ich noch? ich habe noch nicht alle Simulated Universe Achievements und Golden Gear fehlt mir noch eine Stufe bis zwölf na dann mal ran an den Speck Simulated Universe okay alles das Psyche da kann man sogar durchschauen jetzt wird sie schon wieder halb angefahren ich meine, sie ist diesmal über den Zebrastreifen gegangen die Soulglade Fontäne oh der Brunnen ist der Wahnsinn Sousa wo sagt mir der Name was okay eigentlich war es Medizin und dann wurde es in einen Soda-Getränk umgewandelt Sirupism wir folgen dem heiligen Sirup okay spannend Okay, was ist das für ein Blick? Die Enttäuschung ist riesengroß. Was war dahinter? Hinter mir. Da hat sie hingeschaut, aber da ist niemand. Okay. Ich bin am überlegen, ob ich TikTok-Videos hochladen, um an die 2000 Stella Jade zu kommen. Aber ich glaube, ich lasse das so untalentiert, wie ich beim Editieren bin. Okay. Ich habe gesehen, dass es da irgendein Event gibt, aber was mich halt schon wieder ein bisschen nervös gemacht hat, ist, dass es irgendwelche täglichen Events sind. Und dass man anscheinend, wenn man zu spät hochlädt und alle Belohnungen schon weg sind, dann eh nichts mehr bekommt. Ja. Ich muss mich nun aber leider verabschieden, muss zur Arbeit. Wünsche euch noch einen tollen Stream und einen schönen Start ins Wochenende. Danke dir, Ruki, fürs Vorbeischauen und so. Ganz, ganz lieb. Wünsche dir einen schönen Arbeitstag. Oh, und das ist der nächste Mal. Wünsche? Okay. Oh. Mal abgebrochen, das wollte ich nicht. Prima her mit den ID-Tokens. Müssen wir jetzt da Slot-Machine spielen? Oh, oh. Lurk, danke dir für den Lurk, auf jeden Fall. Ja, ich habe sogar schon Sticker in meinem Pass geklebt. Kann man mit 10 Coins machen. Let's live it to the fullest. That's a lot of pressure. Was? Für mich geben wir die aus. Okay. 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 Facility, ein Mini Gold Saucer. An amusement facility that can be seen anywhere in Aydin Park. Its rules are simple but charming. Countless guests are immersed in it and become completely oblivious to reality. Wie immer wenn es um Glücksspiel geht. Bitte nicht nachmachen. You can use Aydin Tokens to play various amusement facilities and have a small chance of winning valuable rewards. Okay, was kann man gewinnen? Ich bin gespannt. Da? Gleich? Creamy Slots? Okay. Ich bei meinem Star Rail Glück. Doch die Musik. Oh Gott, kriege ich jetzt schon zu viel. Sag ich es nicht? Was habe ich gewonnen? Ich habe ein Classic Soul Glade gewonnen. Yay. Okay. Super big prize. Regionsbücher würde ich schon nehmen. Was ist das? In einer Gentilose? Okay. Oh mein Gott, was ist das für ein Eis? Das ist Bubblegum-Eis. Mit einem Liebkuchenmännchen. Können wir was anderes machen? Muss ich weiterspielen. Was gibt es denn da noch? Okay, da ist auch so ein Glücksrad. Machen wir mal das Glücksrad. Oh, da kann man ein Eis gewinnen. Und ein Hut. Okay. Zack. Was habe ich gewonnen? Eine Zuckerstange und andere Sachen. Was ist das? Sieht aus wie Schokobananen. Wie an den großen Automaten. Wie an den großen Automaten. Wie viel kostet denn der der fliegende Teppich? Golden Capsule Machine. Richtiges Gacha. Okay, der kostet gleich zwei Tokens. Oh. Kann man einen Lightcone sogar gewinnen. Und einen Glocki-Avatar. All or nothing. Äh, aber für den Lightcone? Humongous price. Ich habe die goldene Kugel gesehen. Ich habe die goldene Kugel gesehen. Nein, sie ist ganz oben. No. Okay, das ist lustig. Warte, ich muss meine Kapsel holen. Yay. Ich habe eine Pizza gewonnen. Ein Stück. Drei Uhr habe ich gewonnen. Okay, aber cool, dass man da auch ein Lightcone gewinnen kann. Schauen wir mal. Floating Ice Cream. Okay, find Firefly Der hat so viel Soulglad getrunken. Und da ist wieder so ein Vogel da drin. Unten. Okay. Da geben wir die restlichen Tokens auch noch aus. Dann gehen wir... Ich werde nie den Lightcone kriegen. Ich habe schon wieder eine Pizza bekommen. Eigentlich bedenklich, dass in den Kugeln Pizza drin ist. So. Hm? Nein, die goldene Kugel ist noch immer. Ich glaube, wir müssen den ganzen Automaten leer machen, bevor wir was bekommen. Außer sie füllen die Kugeln irgendwann nach. Okay. Oh. So, einmal noch. Auf geht's. Nimm die Pizza oder lass es sein. Oh. Oh. Diesmal habe ich ein Fisch in Kaviar Soße bekommen. Der ist aber sehr glücklich mit dem Zylinder, der Fisch. Und der Zitronenscheibe. Mr. Herings Lemon Tart. They never said it was a Kent Hering. Das ist Mr. Hering. Okay. I'm good. Oh, der Regenbogen. Okay. Halt, das ist ein Sticker. Oh. City that never sleeps. Okay. In the pleasure-drenched maze, you find yourself fortunate to encounter a local guide. You are unable to judge if Firefly is an adequate guide or not, but you feel we can befriend. I want to know her secret. She's just a passerby in my life. Ich möchte Freunde mit dir sein. Okay. Zack. So, wartet. So, das Plakat kommt dann in die Wand. Gut gemacht. Was ist da noch? Liegt einfach auf den Boden. Zack. Note-Sticker-Clipping. Zack. Tada. In dem anderen habe ich keinen Sticker mehr, oder? Nichts Neues bekommen. Na, da habe ich schon alle aufgeklebt. Gut. Darin wir mit Firefly. Oh, nicht traurig sein. Wir können ja mal wieder spazieren gehen. Oh. 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 Warum sieht sie glücklich und gleichzeitig traurig aus? Oh. 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 Aren't you local? Hat sie das nicht gesagt? You shouldn't attach your feelings to stuff like this. Are you really a stowaway? Are you really a stowaway? Okay. Die Pose. Ach, Firefly. Oh. Okay. Eine Frage. Na klar. Lass niemand hören. Na, wir sind ehrlich. Nicht traurig sein. Weil, der mir verfolgt. Was ist das? Okay. Der verfolgt mich schon wieder. Okay. Sambo. Ja, alles auffällt. Ich habe mir gedacht, die einzige Person, die mich jetzt verfolgen kann. Ich habe überlegt. Wer könnte es sein? Von uns niemand. Aventurin wird uns auch nicht einfach so verfolgen. Ratio auch nicht. Der würde auf sich aufmerksam machen. Die beiden würden auf sich aufmerksam machen. Sunday. Nein. Wen gibt es sonst noch? Das kann doch Sambo sein. Hallöchen. Hallöchen. X6 Play. Exzess. Nein, keine Ahnung. Hallöchen Play. Willkommen, willkommen. Danke fürs Follow. Exx. Play. Danke, 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 danke auf jeden Fall fürs Follow. Okay. Das Firefly alles auffällt. Gute Beobachtungsgabe. Oh nein, nicht Sambo. Warum steht da Fragezeichen, Fragezeichen? Bitte, jetzt habe ich schon fünf Meilen gegen den Wind gerochen. Oh Gott, Hilfe. Bitte erlöse mich von dem Sambo. Oh ja, oh ja. Hilfe. Flucht. Sambo, what brings you here? I can't be dreaming, can I? Doch wir sind in der Traumwelt und trotzdem sehen wir Sambo. Dein Albtraum sein. Oh Gott. Ja, dein alter Freund Sambo. Ich kenne das Spiel so gut. Ich könnte die Texte selber schreiben. Ich kenne das Spiel so gut. Oh ja. Ich kenne das Spiel so gut. Das ist nicht Marge. Marge hat pinke Haare, außer sie hätte sich jetzt die Haare gefärbt. Die Augenfarbe ist schon ein bisschen ähnlich, aber ansonsten... Das ist Firefly, she's my tour guide. You should get your eyesight checked. Are you sure Marge doesn't look like this? Er träumte nicht gern von Sampo. Niemand, niemand. Aber Sampo ist einfach gut für seinen Entertainment-Faktor. Man muss ihn nicht mögen, aber das macht er gut. Sie sind keine Freunde. Nice to meet you too. Since when did I acknowledge you as my friend? Firefly, let's go. Flucht, Flucht. Okay, wir sollten uns eigentlich mit allen gutstellen, aber Sampo ist Sampo... Wir fragen einfach mal ganz neutral. Ich kann mich nicht daran erinnern, ihn als Freund anerkannt zu haben. Ich nicht, du machst immer alles awkward. Ich bin aussiedelt. Ich bin aussiedelt. Ich bin aussiedelt. Ähm, habe ich nicht gesagt, dass Firefly mein Tourguide ist? Eigentlich. Ich brauche keine Tour von Sampo. Nicht, wenn ich die Wahl habe zwischen den beiden. Ja, ich habe nicht gesagt, dass Hotaru-san wirklich Pinoconi-no-kotow, aber ich glaube, ich will das gar nicht wissen. Das funktioniert sowieso nicht. Kaum will man Entertainment for Grown-Ups haben, kommt Acheron wieder und stürmt ins Zimmer rein. So ein Traum von Sampo. Man macht schweißgebadet auf und kann sich einen Termin beim Psychologen machen. Okay, man kann viel sagen, aber Sampo ist schon lustig. Okay, Entertainment for Grown-Ups und dann kommen bei uns auch Regenbogenstrahlen aus dem Mund raus. Okay. Okay. Okay, da ist Wasser. Ist das Wasser oder ist das Soulglad? Super. Und Rishi mit seinen Sandalen. Immer wenn wir ihn werden, die Füße gewaschen. Okay, wo müssen wir hin? Da lang? Da lang. Die Kiste nehme ich schon mit. By the way, Kiste. 32? Okay, ich meine, okay, das Gebiet ist groß, aber wow. Da sind auch noch sechs. Okay. Okay. Auf in die Welt für die Erwachsenen. Okay, irgendeine Gasse da. Nein, doch nicht. Weitergehen. Ich finde die englische Voice von Sampo absolut goofy. Ich muss da mal lachen, wenn ich den quatschen höre. Ich weiß nicht, wie die englische Stimme ist, aber ich finde, ich muss sagen, der japanische Synchronsprecher macht das extremst gut. Da muss ich auch immer lachen. Japanisch ist genauso goofy, AF voll. Wie gesagt, man kann über Sampo sagen, was man will, aber... Wir hätten auch einfach wirklich rübergehen können, dann merkt man, dass Sampo alt ist. Aber ich will mich einmal mit so einer Kugel rüberschießen lassen. In kaum zwei Minuten da verführt er mich schon, irgendwelche komischen Sachen zu machen. Das klingt halt immer so, als ob er einen emotionalen Mindbreak hat. Vielleicht hat er das auch. Okay. Start the Bubble Pinball Machine. Okay, let's go. Hey, what could possibly go wrong? Okay, Bubble Pinball 1. Click to select the plate. Expand energy to activate the plate and close the plate to regain energy. Okay. When the plate is activated, you can set its rotation direction. Cannot activate any more plates when you do not have enough energy left. Click reset to reset all plates. Create a trajectory that connects the pinball launchers on both sides by activating, closing or rotating the plates. Okay, wir müssen einen passenden Weg finden. When the trajectory is completed, you can launch the pinball to reach the destination. When you exit the machine, the complete setup will be saved. Sehr gut. Also man muss das einmal machen und dann bleibt das so und dann kann man sich immer rüber schießen. Gut. Das heißt, die Dinger. Okay. So. Dann rotieren. Perfekt. Ah, okay. Okay. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Mit Mathe sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Damals. Irgendwann in der siebten Klasse haben wir das mal gemacht, so über mehrere Winkel. Gut. Ich würde sagen, dass es ist. Das war jetzt nicht so schwer. Don't shake your shoulder. Mein Soulglad in der Tasche. Okay. Und da haben wir uns jetzt rüber. Okay, es geht aber wirklich. Okay. Man kann sich immer hin und her schießen. Gut. Geh mal weiter. Discburger. Ist das Soulglad oder Champagner? Nichts ist unmöglich für Sampo. Was? Don't hit me? Okay. She's Bodyguard. Kann man den Bodyguard ernst nehmen? Schaut mal. Der geht, der geht Ratio gerade mal bis zur Hüfte. Noch nicht mal ganz. Okay, gut. Sampo bringt uns schon rein. Diese Voice. I can't. Sampo. Mit so zwei hübschen, jungen Ladies darf er bestimmt rein. Na, drei. Hi. Vip Card. Okay. Darf er keine jungen, hübschen Damen mitbringen? Ah, das ist... Das ist... Das ist... Das ist meine Freunde, die ich erst mal gekommen bin. Das ist so, dass ich keine VIP-Card haben. Das ist nicht so, dass ich keine VIP-Card haben habe. Das ist nicht so, dass ich keine VIP-Card haben habe. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Jetzt sei nicht so. Kleiner Bodyguard mit Bommel. Ein Bommelguard. Enttäuschend. So. What should we do? Forget it. What the heck is this? Was machen wir jetzt? Machen wir was anderes. Geh mal Pizza essen. Okay, was kommt jetzt? Sambros genialen Pläne. Ich habe zufälligerweise zwei weitere VIP-Carden drinnen vergessen. Wo genau weiß ich nicht, aber irgendwo sind die sicherlich. Was ist Thunderbolt? What are you talking about, Clown? Okay. Hallöchen Kunuma, willkommen! Guten Tag! Wie geht's, wie steht's? Hallöchen, Hallöchen! Okay, wir warten hier und schleichen uns das heimlich hinten rein. Broken Dreams? Okay. Jetzt sehe ich gerade, der Fernseher hat auch einen roten Bommel. Mit Joystick. Oha. Oha. Emotion Prototypes. Was ist mit der Krähe passiert? Oh weh. Die Dinger sind so schräg, das könnten fast irgendwelche Curios sein. Broken Dreams. Okay. Der lässt uns nicht rein. Hoppala. Mir geht's gut und dir danke, mir geht's auch gut. Ich war ein bisschen erkältet, bin noch immer ein bisschen verschnupft und so, aber ansonsten geht's wieder ganz gut. Inzwischen Gott sei Dank. Alles prima. Aber gut, dass es dir gut geht. Echte Retro Games. Na Gott sei Dank. Couldn't hurt, I guess. Why don't you try it yourself? Is this a trap? Ich glaube nicht. Wir probieren es einfach mal aus. Ach, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Auf geht's. Macht sie mir ein bisschen Angst. Hm. Okay. Touch it, touch it, touch it. Seems like I'm left with no other options. Wir wollen natürlich touch it machen mit drei Ausrufezeichen. Oh mein Gott, sie gehen sogar drauf auch ein. And with the resolve as weightier three exclamation marks. Okay. Touch the suspicious television. It's Morphin Time. Hanu. Man, is it nicht Morbin Time? Mighty Morphin Hanu Rangers. Okay. Ich bin ein Hanu-Hanu. I have no idea what happened. I think I've been sucked into the TV. Gosh, you guys are tall. Let out a grunt, that sounds cool. In den Fernseher wurde ich nicht gesaugt, weil ich bin ja wieder draußen mit denen. Ich kann endlich hüpfen. Ich bin ein Werwolf. Okay. Okay. I think I've been sucked into the TV. Okay. Okay. Man kann nichts anderes machen. Okay. Okay, wir können nur grunzen. You make an extremely cool grunt. Really was so cool. Oh mein Gott, swag. Was von Sampo zu hören. Wie ist denn das? Ich werde mit einem kleinen Böden geschehen, um mit einem kleinen Körper zu retten, um ein schönes Leben zu retten. Okay. Stone? Das ist der Boss. Sample's Boss? Ich werde diese Bruder Hanu noch einmal wiederholen. Ich werde es nicht wiederholen, wenn ich mich wieder zurückkehren. Fine, what do I need to do? How do you know that? I'm not going to take you at your word again. That autogrant, that sounds cool. Wahrscheinlich können wir eh nichts anderes machen. Okay. Gut. Okay, einfach grunzen. Grunzen und cool sein. Nebbern. Neh, da mal rein in den Gang. Das ist sehr lieb, Firefly. Okay, danke, Sample. Wir schaffen das schon. Hanu's Adventure. Log Studios has designed an arcade game in Pinaconi's dreamscape able to let the guests play the cartoon character Hanu through the transform device and experience a miraculous adventure in a corner of the dreamscape. Yay. In the story of Hanu's Adventure, he was made smaller by Boss Stone's strange device. He then had to experience a grand adventure with his small body and take back the treasure Boss Stone took from the town. Oder the stone is einfach der Boss im... In der Serie? Oh, die Kisten sind cool, die blauen. A pair of wolf-like sharp eyes are hidden under Hanu's sunglasses. Use the button to activate his Hanu vision. To observe the tools that can be utilized and try to find the hidden treasure. Okay, es gibt Schätze. Das ist das Wichtigste. Oh mein Gott, Hanu vision. Wissen. Okay. Gut. Wo müssen wir rein? Ah, da drüben ist der Eingang. Oh mein Gott, ist das lustig. Ah, da drüben ist der Bruder Hanu. Little Hanu. Hanu Vision. Also ich hab schon mal eine Schatzkiste gefunden. Mann, ist die riesig. Ich bin wirklich klein. Da drüben, da drüben, da drüben. Da drüben muss ich auf jeden Fall weiter. Return to normal form. Okay. Ah, ich muss mich zwischendurch groß machen, damit ich die Ballons plätten kann und damit ich da durch kann. Ah, aber nur mit Hanu habe ich die Hanu Vision und bin klein. Okay, verstehe. Tada. So. Gut. Müssen wir den großen Ballons da wegmachen. Machen wir den weg. Machen wir den weg. It's more than time. Ähm. Irgendwann was? Dö, 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 dö. Aber lustig. Ah, warte. Wir nehmen ja unsere Vision. Warte mal. Hä? Da ist ein Vogel drin. Tada. Umpf. Chirp. Okay. Der kann nur chirpen und ich kann nur grunnen. Ich glaube, da passiert nicht viel. Aber wir haben einen Vogel gefunden. Warte, lass uns mal da drüben mit der Vision schauen. Ob da noch irgendwas ist, was ich übersehen habe. Was ist der Automat? War mir erst da nicht. Oh, Rakete. Using the fantastic rockets built by the Origami bird, Hano can quickly shift between the ends of different rockets to reach places otherwise inaccessible. Okay. Ich kann eh nichts anderes machen da auf zur Rakete. Boah. Die Lichtblitze. Boah. Okay. Schatzkiste. Ist das noch eine Rakete? Aber bevor wir die Rakete benutzen... Ah, da geht es noch hoch. So, Augen zu. Oh. Oh. Eine blaue Kiste. War das schon die letzte Schatzkiste? Ich hab noch gar nicht alles durchgeschaut. Oh no. Ich wollte da noch um die Ecke gehen. Egal. Ich glaub, da kann man nochmal hingehen. Was ist das? Eine Donut-Handschelle? Sorry. Ich hab schon viel Alvernes gesehen. Warte mal. Ich wollte noch einmal da hinten um die Ecke schauen. Ich bin natürlich gleich zur richtigen Schatztruhe gelatscht. Ah, da können wir gleich durch. Wollte man da noch um die Ecke? Mal kurz schauen. Da muss ja noch was gewesen sein. Okay, da kann man sich wieder groß machen. Was ist das? Ah, da ist noch eine Schatzkiste. Warte, wir müssen groß werden. Gute, dass ich nochmal reingegangen bin. Zack. Eine Kiste. So. Wollte wir da alles haben? Ja. Hanno, Hanno Vision. Okay. Perfekt. Na dann. Raus da. Zack. Das ist lustig. Ich kann mir vorstellen, dass es richtig... Oh. Das war nicht der Ausgang. Ich muss ja noch um die Ecke gehen. Gib alles. Da ist der Ausgang. Stopp. Sehr gut. Schätze erfolgreich eingesammelt. Speak with Sampo in Firefly. Ein kleiner oder ein groß? Vielleicht ein groß. Oh, ich kann mir vorstellen, dass da lustige Rätsel kommen. Oh, ich bin wieder groß. Das war mal lustig. Alles super. I'm alright. It was quite fun. Do you have anything to say, Sampo? Also, mir hat das schon Spaß gemacht. Gefesselt vom Geschmack eines Pink-Rosted-Sprinkled-Donuts. Was? Oder? Sind wir nicht schon in den Eintragung? Noch mehr Entertainment. Entertainment provided by Sampo. Ich hab Angst. Noch immer. Aber okay. So, wohin des Weges? Okay. Was ist das? Ein riesiger Shrimp oder was? Oh, wir müssen... Wie kommt man da hin? Nicht hier lang. Okay. Den Leuten, da geht es aber nicht allen so gut. Was ist... Achso. Beastar? Animal Lover. Süßen Bärchen wieder. Ich glaube, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Kann das sein? Oder doch nicht? Wo muss ich hin? Geht doch da um die Ecke. Pfiuh. Ich dachte schon, ich hätte mich voll verlaufen. Was? Popcorn-Stand? Buy popcorn and get a free movie ticket. Oh! Wäre durchfohlen, das wäre im echten Leben so. Wenn ihr ein Popcorn kauft, dürft ihr gratis in den Film reinschauen. Das wäre was. Oh nein. Oh Gott. Kino-Tickets kaufen. Und dann zusätzlich noch was zum Snacken. Sofern wir halt... ...wie mich verfolgt von dem Auge. Oh Gott, jetzt kommt die Stimme wieder. Oh Gott. Oh Gott. Danke, Dr. Edward. Oh oh. Du weißt doch schon, welche Art von Spaß ich meine. Ha, 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 ha. Okay, was letzte Nacht passiert bei Sampo? Eh? NANI USUR TZMORI? Das ist ein bisschen praktisch. Wenn man mal einen guten Traum hat, einfach aufheben und immer wieder durchleben. Hey, dreams we want. What's so fun about this? Naja, warum nicht? Ich will gar nicht wissen, was Sampo geträumt hat. Und Geld. Was ist noch so eine Statue? Gehören die Statuen zu den Bloodhounds? Sind das Überwachungskameras? Sind sie vorhin auch schon da? Meine guten Materialien. Oh nein. Oh mein Donut. Okay. Der Traum im Traum im Traum. Oh Gott. Das sieht verdächtig nach Nataschas Klinik aus. Hier ist ein Veroburg-Kassau-Programm. Warum nicht jemand? Hm. How did I end up here? Where is everyone? What should I do now? Alles gute Fragen. Okay, ein Traum im Traum. Auf geht's. Vor allem, weil es Sampos Traum ist. Blümster. Uh oh. Das muss zum Einsammeln. Okay. Sampo's advice. Become the Garbage King. Though the trash bags have long been broken. Uh oh. What do you mean by this? I think I've had this dream before too. This all feels so familiar. Uh oh. Oh. Jetzt kommen die Mülltonnen. Die Rache der Mülltonnen. Oh mein Gott. Silberne, bronzene und goldene Mülltonnen gibt es sogar. Sie haben alle viele Muskeln. Oh mein Gott. Und die Musik. What's happening? Why are there... Are there trash cans everywhere? Oh mein Gott. Hallöchen Schatana. Okay. Deal? What deal? Schatana? Okay, das sind die Silben von Natascha rückwärts. Die Silben von Natascha. Mülltonnen machen mir irgendwie Angst. Trashcans, Panic. Aber das Design ist brillant. Dass da der Müllsack so raushängt, dass es so ein bisschen aussieht, als wäre das eigentlich ein Haltstuch oder irgend sowas. So umgebundenseitlich. We store peace to the trash bags. Wir sind ein Haltstuch, der Schicksalabend ist. Ich bin ein Haltstuch, ich bin ein Haltstuch, ich bin ein Haltstuch. Was ist das so? Ich bin ein Haltstuch, du willst mich alle zusammenen? Du bist in Riddles. Ja, ich habe das gesagt. Okay. Rettung für alle Mülltonnen. Müllbeutel. What do I need to do? Deal what deal? But I haven't agreed to anything. Okay, wir schwafeln wir nicht lange rum. Okay, wir müssen Trash King werden und den anderen King die Kini zwingen. Er hat es nämlich nicht verdient, Trash King zu sein. Hashtag Save Trashcans. Das auf jeden Fall. Ein bisschen. Okay. Also die ist schon mal K.O., die Arme. Okay. Die ist auch K.O. Courageous Ken. Eine Silberne. Okay. The Door. Open Sesame. Oh. Okay. Was sprechen die für eine Sprache? Okay. Den ersten Proof of Trust haben wir schon. Drei brauchen wir. Trash King Prince. How magical. Oh. Insert Trash. Remove some Trash. Give it a kick. Oh. Es ist nicht mehr nur eine normale Mülltonne. Nein, es ist eine Mülltonne mit Armen und Beinen. Sie sprechen. Sie sprechen. Look like a night of beauty. Tatatata. Das kann ich aber auch. Dann stand with me against Tartalov. Wie war das auf Englisch? Oder was soll ich sagen? Okay, Proof of Trust 2. Gut. Hier steht er einfach nur so rum. Okay. Remove the seal. Oh. Eine Giant Trash Can. Oh mein Gott, das erinnert mich an etwas. Das muss ich mal raussuchen und dir schicken. Oh, okay. Garbowski. 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 Oh, to, 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 to. this is not fair i saved you but i'm a person not a trash can why not stand with me against tartalov okay audience can wise can beautiful can serious can trashy meh das okay reden wir mal mit den audience cans was mit den anderen goldene trash kann man noch mehr trash cans auf seine seite ziehen split golden trash into three and distribute evenly i am the only one worthy of it nein wir teilen das aus das internet schau sogar extra proof of trust bekommen reden wir noch mit trashy medis okay auch wenn ich die idee von den trash cans so stupid finde in diese sind die gut umgesetzt worden voll ich habe auch erst gedacht das ist oder quatsch und ich meine es ist voll der quatsch aber es passt einfach das passt einfach dazu dass es sampus traum ist und dass wir mit drin sind why are you counting trash was denn weil sampu trash ist sagt er i need proof of trust okay work with me okay 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 Die Flieger, gell? Oh no! Ist einfach in den Starreel humorvoll. Die erste, die erste Dingswurstig platt machen kann. Zack. Diese imaginary Schwach. Gemeinsam mit den Käfern zusammen. Das passt absolut rein. Seitdem seit 1.0 schon die Vulkan-Scherze mit dem Traveller da sind. Dass sie sowas nochmal aufgreifen und so finde ich toll. Zu viele Käfer, zu viele Käfer. Abbruch, Abbruch. Die hat sich aber verbeugt, nachdem ich sie platt gemacht habe. Einfach so. Vielleicht nicht das beste Team gegenüber den Käfern, muss ich sagen. Naja, wir werden schon schaffen. Zack. Okay. Die Käfer platzen schon auf. Ich hoffe, es geht nicht ewig so weiter. Ich hatte mal eine Situation, da war ich irgendwo bei den Käfern. Und ich glaube ich auch Dr. Ratio. Und wir hatten so eine Putt-Situation. Immer wenn ich einen platt gemacht habe, ist dann wieder ein neuer Käfer gekommen. Irgendwann habe ich aber es geschafft, sie auch zu damagen irgendwie. So. Thank you, Nameless. Trashy Medis. Sehr gut. Da habe ich 5 Proof of Trust. Und 3 hätte ich nur haben müssen. Den Rest haben wir gemacht. Mit den Prinzen haben wir geredet. Mit denen haben wir geredet. Ich glaube, das ist alles, was man an Trust gewinnen kann. Auf zu Shatala. Die sind einfach zu funny. Super, oder? Mit der Grete, die da so rausschaut. So cool. So bin ich einfach... Auf einfach. Müssen wir die Gigatonne machen? Ja, ich wünsche mir auch viel Glück. Daumen drücken. Das ist süß. Okay. Okay. Sampo Stream Bubble. Die hat es auf jeden Fall nicht mehr mitgemacht, die arme Tonne. Okay. Let's go. Nie damit Tartalov. Pass auf, jetzt kommt sie gleich. Diese Mülltonne sind einfach gigatrash. Ja, absolut. Jetzt kommt sie gleich. Tartalov. Und riesen Sampo. Der hat seinen Spaß. Einfach weggeworfen. Danke fürs Auffangen. Mein Gott. Das ist wirklich absoluter Müll gewesen. Das ist wirklich absoluter Müll gewesen. Oh, das ist gar nicht so schlimm. Ich würde mich nicht sehen, wie du siehst, wie du siehst, wie du siehst, wie du siehst, wie du siehst. Na super. Wofür habe ich die ganzen Proofs of Trust gesammelt? Da haben welche zu viel getrunken und dann kamen hier Regenbogenstrahlen. Und da war der Trash-Anführer. Die haben Mülltonnen. Nein! Sampo Kowski, also known as Psyko Kowski. Oh, it's really a shame. Oh, Sonnenba. I'd easily finish him off with one punch. One punch still. The Garbage King, you are the real Garbage King. Ich hätte ihn schon platt gemacht, gerne. Das musste ich jetzt wählen. Ja, Firefly ist hier die einzige mit Anstand. Die sind die Wahrnehmung und die Wahrnehmung. Das macht sich in den Moment und die Wahrnehmung, der für die Wahrnehmung war ich noch nicht. Das ist die Wahrnehmung. Trying to hint at some hidden meaning? 狭い部隊に閉じ込められ、誰もスポットライトを浴びたくないからとかわいそうな足毛を前に押しやる。 無境の家のバスタブではなく、予測不可能な変化をする深海です。 もう少しはっきり言いましょう。 美しい光を騙させないようにしてください。 あなたがそんな奴に屈したら僕はとても、とてもがっかりしますから。 Was möchte er mir eigentlich sagen? Dass alle irgendwie was mit mir anfangen wollen, dass ich aufpassen soll, nicht von ihnen ausgenutzt zu werden? What in the dream world are you talking about, Sambo? Just what are you up to exactly? A glowing light. Nicht ins Licht, Stel, nicht ins Licht. Why have no? Das ist mir ein bisschen verdächtig, aber nicht annähernd so verdächtig wie du, Sambo. Was war das für eine Lache? Was ist jetzt mit dem Mülltonnen? Was ist jetzt mit dem Mülltonnen? Oh. Okay. Man kann die Hunde auf jeden Fall anklicken. Können wir noch mehr Träume kaufen? Okay, der ist ausverkauft. Ich habe eh kein Geld mehr. Tschüss, Dr. Edward. Search for Firefly. Woo. Zoom, 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 zoom. Da ist sie. Na gut. Dann reden wir mit Firefly. Ein Sambo killt mich, ey. Nein, bitte nicht. Ich sage ja Psycho. Ein bisschen, ja. Oder ein bisschen viel. Hallo, Firefly. Warum bist du nur weggelaufen? War das mit den Mülltonnen zu viel für dich? Jetzt weißt du von meiner dunklen Vergangenheit als Mülltonnen-Liebhaber. Oh, you don't have to apologize. I don't find you suspicious. I want to know the truth. Is that so much to ask? Feel guilty, don't you? Hm. Na ja, na ja. Was soll ich sagen? Hallöchen Kuka. Willkommen. Danke fürs Follow. Eigentlich so suspicious finde ich sie nicht nur ein bisschen. Was ist die Frage? Muss sie uns wirklich die Wahrheit sagen? Wir sind einfach freundlich. Willkommen, willkommen. Hallo, wie geht's? Wie steht's? Das ist mir auch schon aufgefallen. Oh, pat, 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 pat. Was über die Mülltonnen aussagt? Hat man das dann auf den Punkt gebracht? Ja, der war schlecht. Was? Wenn was über die Mülltonnen aussagt, hat man das dann auf den Punkt gebracht? Das verstehe ich nicht so ganz chilly. Soweit gut, das höre ich gerne. Ja, komm einfach mit. Wir haben eh noch Platz. Wir brauchen eh mehr Trailblazer. Ja, sie ist auch verwirrt. Sie kann nicht. Okay. Very own secret base. Sure, I believe you. How am I supposed to believe you? Natürlich. So, wo gehen wir hin? Ah, da ist sie eh. Noch was zum Sammeln. Night of the Majestic Cross. Player? Keine Ahnung. Oh, nicht die Leute über den Haufen rennen. Firefly, bitte. Holen wir uns ein Popcorn. Die kann schnell rennen. Wir haben keine Zeit dafür. Oh, ein Glocki. Mülltonnen heißen auch grüner Punkt, deswegen der Wortwitz. Ah, ah, okay. Aber nicht alle Mülltonnen sind für den grünen Punkt. Oh, ein 3D-Glocki. Das ist aber süß. Die Musik. TikTok, help, help me. Die Animation. What's going on? Are you asking for help? What kind of thing are you? This is... Okay, das ist wieder... Okay, das ist albern. Ich mag Glocki. Und die Musik. I can see a clock with limbs. I think I'm seeing things. Nothing. It's inconsequential. Natürlich. Okay, wir müssen Misha helfen. Mr. Soda. Wie, Misha ist mit Glocki befreundet? Aber das andere sind ja alles nur Cartoon-Charaktere. Glocki, how can I help? Glocki, are you a Cartoon-Charakter? A talking clock? I must be losing my mind. Glockboy? Glockboy? Eigentlich. I'm not hallucinating, right? Can't you see him? Was? Das heißt, Firefly ist nicht unschuldig und freundlich und ehrlich? Okay, wenn sie mir was freund hält, sie hat mich schon angelogen. Aber ich bin nur groß gewachsen. Okay, he's begging for my help. He says someone's life is in danger und zwar Misha's. Jetzt kommt sicher wieder ein Minigame. Okay, das ist ein Minigame. Ja, ja, ja. Hamster-Ball. Oh mein Gott. Oh. Okay, ich hab Echoron noch gesehen. Und Gangster. Die ganz Harten. Oh oh. Das ist irgendwie seltsam, die Situation. Glauben die Gangster wirklich, dass sie gegen sie ankommen? Was für eine seltsame Szene. Isn't that Misha? Isn't that Echoron? How come they are all people I know? Das ist die richtige Antwort. Hinterblick. Oh. Hora, mitte. Boku war Usoなんか zuいて nackt, deしょ? Hohntonni Misha gickern. Tick-Tack. Onegai, hai-irro-no-tomodachi. Misha o, tskete. Ja, okay. Please fill me in on what's going on first. What should I do to help him? My baseball bat can't wait to show its might. Okay, wir fragen einfach, was wir tun können. Rockboy to話してるの? So daよね. Ne, nandaka te ni oenai状況になってきたみたい. Das ist weird. Tick-Tack, tick-Tack. Konnen ni konrann shi-irro-no-ah-zem-bu-boss-stone no seh-da-yo. Who's a boss-stone? Boss-stoneは美しい夢の街で 一番の悪党で すごくどんよくなんだ 街の住民たちを 全員追い出して 貴重な石材を 特選しようとしてる そこで 自分の手下を使って 無教をこんらんさせて みんなのプラスの感情を 奪い去った それ以来 美しい夢の街は 不安と争いに満ちて 住民たちのまとまりも 一番の悪党で すごくどんよくなんだ 街の住民たちを 全員追い出して 貴重な石材を 特選しようとしてる そこで 自分の手下を使って 無教をこんらんさせて みんなのプラスの感情を 奪い去った それ以来 美しき夢の街は 不安と争いに満ちて 住民たちのまとまりも なくなっちゃったんだ でも 僕は美しき夢の街の 守護者として 黙って見ているわけには いかない 黒トリックを使って 無教に流れる プラスの感情を みんなの心に戻せば きっと前みたいに 仲良くできるはずだよ パワーオフ Clockwork ok willkommen in Fontaine さあ 灰色の友達 君ならきっと 黒トリックを マスターできる なんたって 君は僕のことが 見えるくらい 特別だからね もして なんていう ギンチン Zahnradrätsel denken kommt jetzt auchそう 君は美しき夢の街の お客さんだから ボスストーンも 君がいることは 予想してない 今から教えてあげる 目を閉じて Augen schließen チクタク これで僕たちは 一心同体だよ 体の中で 力が流れている 感じはするかい さあ 今からあの 怒っている ギャングの ボスのところに 行こう クロックトリックを 使って みんなに プラスの感情を 注ぎ込めば じゃん いいかい 絶対に クロックトリックを 悪いことに 使ってはいけないよ 僕たちは 美しき夢の街の 守護者だからね チクタク okay use the clockwork on the gangster ボス okay off geht's würde ich sagen okay good here comes the clockwork okay use your clockwork to tune this person's emotional state das ist wirklich ein tic-tac wah bedrohlich finally make your confirmation here tic-tac okay zurzeit ist er angry calm alle alle ist so traurig da ist ein Vogel okay okay I saw a dial and got it moving I have no clue what I did you sure I pulled that off what's wrong big bad meanie for making you sob like a crybaby oh we sind natürlich freundlich so my friend why don't you go and how about you get some alone time somewhere der hydrant im background ja sag ich ja da ist ein Vogel drin okay ich konnte nur eine emotion durchmachen ah okay hallöchen Misha und hallöchen Aggron und Glocki ist voll glücklich wild ich wurde gleich über mich weitererzählt darf er das überhaupt als Angestellter da haben wir einmal Freemini 3.0 und Reiden 3.0 no need to thank me it's the least I can do I'm surprised too weißt du Firefly ich bin bekannt wie ein bunter Hund zweimal haben wir uns schon getroffen einmal im Traum und einmal im Hotelzimmer oh ähm ja ich hab da ein bisschen mit seinen Gefühlen gespielt es ist kompliziert Clocky taught me some clockwork clocktherapy I used that on him it's only natural for people to get intimidated intimidated by my baseball bat okay wenn ich das sage glauben sie mir oder halten sie mich für noch verrückter als es ist süß ich hab nicht gedacht dass Clocky so oft vorkommt auch als echter Charakter ich hab nicht Da ist Firefly außen vor. Acheron sowieso. Ups. Okay, ihre Ausrede ist, dass sie zu alt ist. Firefly, was ist deine Ausrede? Was ist deine Ausrede? Der Elegant Memo-Keeper. Wer ist sie? Das ist sie. Das ist sie. Okay. Hallo. Hallöchen, Raffi. Alles klar. Wie geht's dir? Sag ich doch, Black Swan. Ich weiß, wenn noch alles eingeladen wurde. Nein, nein, du verstehst das falsch. Das ist kein Date. Wir haben nur Sightseeing gemacht. Genau das. Dic-Tac. 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 Oh. Okay. Clockwork emo-tuning. Now you know how to use clockwork. Go try changing someone's emotions. Different emotions can bring different surprises. Okay. Das ist irgendwie gruselig mit den Gefühlen von anderen Spielen. Das macht man doch nicht. So halt, wir müssen nach da drüben. Wo ist denn der beste Übergang? Bis wir wieder angefahren werden. Zack. Ich höre mal Stimme im Hintergrund. Rein in die Hamsterkugel. So. Gut. Das müssen wir zumachen. Zack. Zack. Drehen. Fertig. Launch. Tada. Ein Kaffee? Ein Kaffee? Ein Kaffee. Okay. Ah, da war eine Schatz. Okay. 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 Aber ein Kaffee. Sie will nur noch so einen Donutkuchen essen. Was ist nur ein Traum? Perfekt, dass du die Lampe hinten am Rücken hast. Halt, warte, ich wollte noch die Schatzkiste sammeln. Sparkel. Okay. Wer verfolgt sie? Einer verdächtiger als der andere. Oh mein Gott, sie ist so klein. Ebi-Gin? Ebi-Gin? Honey? What? Sie hat dafür Schmetterlingsaugen oder sowas. Was auch immer das sein soll. Schmetterlinge? Oder so. Ich nehme mal an, ja. Ich glaube, du gehörst unten in die Kanalisation, nicht in den Traum hier rein. Das ist fies. Okay. Ich glaube, mit ihm kann man es machen. Dafür Shiro. Eine enttäuschte Sparkel. Wer ist denn das? Und die Kuh-Jak-Jak-Jak. Wer hat hier gebeten, ihr bedeutet, Polugum. Du bist schon da. Hast du keine Kirchen und Gerachsenen? Der ist nicht so gut da, diese Kuh-Jak-Jak-Jak. Was ist ja so gut bei der Kuh-Jak-Jak-Jak-Jak-Jak-Jak-Jak-Jak-Jak-Jak-Jak-Jak-Jak-Jak. Was? Ich mag, dass sie nicht auf den Mund gefallen ist. Ich glaube, es wird kompliziert, wenn ich die Charaktere alle pullen soll. Ich glaube nicht, dass die gemeinsam alle in eine Party wollen. Das könnte kompliziert werden. Oh mein Gott, sie ist so cool. Was heißt My Friends from the Garden of Recollection and Astral Express? Ich habe noch nicht zugestimmt. Bitte. Das habe ich auch gedacht zu Sparkle. Sie ist mega. Am besten die Szene. Und? Hast du dich nackt ausgezogen und vorher gekniet und gebettelt und bla bla bla? Okay. Ich glaube, Aha will immer nur Spaß haben. Spaß und ein bisschen Chaos. Nur vor allem Spaß. Oh mein Gott, der Roast. Jetzt steht er da allein. An der Straßenecke. Chicken Wing Boy. Ich bleib nicht auf der Straße stehen. Das ist gefährlich. Oh wait, da steht ihr Name noch nicht. Ich hoffe, das war nun kein Spoiler. Nein, das ist in Ordnung. Es ist ja schon angekündigt, dass sie kommen wird in 2.1. So, jetzt bin ich im nächsten Gebiet. Okay. Meet with Firefly. Da ist ein Glocki. Da ist eine Schatzkiste. Da ist eine Schatzkiste. Okay. Mhm. Passt. Gut. Na dann. Ah, werde ich, glaube ich, an der Stelle, glaube ich, ist ein guter Punkt, eine Pause zu machen, um das nächste Mal dann mit der Story weiterzumachen. Oh mein Gott, ich bin voll amüsiert. Oh mein Gott, ich bin voll amüsiert. Der Name war ja schon ewig bekannt, keine Sorge. Firefly ist so ein Q. Die ist wirklich süß. Die Design ist wirklich eines der mit Abstand besten. Das ist wirklich, muss ich sagen, von den weiblichen Charakteren top, top, top gemacht. Wann ist der nächste Stream? Starrail werden wir am Montag wieder machen, wahrscheinlich so gegen Mittag werde ich anfangen. Und am Sonntag am Abend werden wir noch Genshin auch machen. Yes. Aber Starrail wird am Montag weitergehen dann. Das ist der Plan. Dass wir mit der Story weiterkommen. Aber ich glaube, wir haben heute ein gutes Stück geschafft. Okay, Evo sagt zweimal noch so viel. Das passt mir ganz gut. Dann werden wir nächste Woche Montag machen und nächste Woche Freitag. Und dann sind wir vielleicht durch die Story durch. Das wäre mein Plan. Derweil. Ja. Je nachdem, wie viel zu tun ist, könnte ich eventuell noch am Mittwochnachmittag auch einschieben. Das werde ich mir dann noch überlegen. Die Story ist so mega geworden. Ich bin voll amüsiert. Das ist voll cool. Yes. So. Aber ich glaube, hier ist ein guter Punkt, um eine Pause zu machen. Und dann gleich das Abendessen zu genießen. So. Passt. Meine Lieben. Wie hat es euch gefallen bisher? Heschis Meinung kenne ich schon. Evos Meinung kenne ich schon. Ja. Ich bin, ich bin derweil begeistert. Ich freue mich, wenn es weitergeht. Aber jetzt haben wir eh vier Stunden gemacht. Und das nächste Mal werden wir dann weitermachen. Yes. So. Ich bin schon durch mit Story und ohne zu spoilern, ich bin so extrem gehypt. Heshi, warum lachst du? Ich kenne deine Meinung schon. Warum sollte ich noch danach fragen? Heshi. So. Meine Lieben. Sag. Beste Story bisher in Starville, finde ich. Also bisher gefällt es mir auch wirklich sehr, sehr gut. Mir gefällt auch das Gebiet. Das habe ich von vornherein gewusst, dass das genau mein Gebiet ist. Und ich bin total begeistert davon. Yes. Ich freue mich, wenn es weitergeht. Gut, meine Lieben, dann werde ich mich für heute verabschieden und erst mal Abendessen essen. Und wie gesagt, am Sonntagabend werden wir Gänschen machen. Und zwar werden wir Lantern Ride weitermachen. Und nächste Woche am Montag, ab Mittag circa, werden wir dann Starry weitermachen. Und je nachdem, wie weit ich komme, werde ich überlegen, ob ich am Mittwoch vielleicht noch einen extra Stream am Nachmittag einschiebe, um ein bisschen aufzuholen wieder, weil es doch schon viel Content wieder sich angesammelt hat oder nicht. Aber das überlegen wir uns noch. Ansonsten morgen Abend bei Evo, Communityabend. Bitte gerne vorbeischauen und den Follow dalassen. Gut. Ja, morgen auf jeden Fall Communityabend bei Evo. Was wir machen, werden wir dann sehen. Kommt auf die Anzahl der Leute an. Ja, ansonsten ein Dankeschön an alle, die heute mit dabei waren. Auch ein riesengroßes Dankeschön an Temi für den Raid. Wir werden heute zu vier rüber gehen. Da ist heute großer Zwei-Jahr-Anniversary-Stream mit live, live, live ohne VTuber-Stream auf jeden Fall. Ja, würde mich freuen, wenn ihr morgen bei Evo oder übermorgen bei mir hinschaut. Ansonsten einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bis dann. Macht's gut. Oh. 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 Der Stream wird beendet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017